So, spielen. An alle Devs da draußen, ja. Musik im Menü. Richtig geil. Ja. Nö, ich mag random. Okay. Dann ist es in Ordnung. Das irritiert mich nur total. Sklave auch nicht. Sklave hat auch keine Farbe festgelegt. Ah. Moin Sklave. Hallöchen. Alles gut? Bassel auch schon wieder mit Holz rum? Nice. Holz. Holz, Holz, Holz. Was ist unten gebastelt? Die zehnte Plage. Hallöchen. Mr. GM wurde schon morgen. Man darf eine random Farbe haben. Das hast du nur, wenn du sie nie festgelegt hast. Ist das Voraussetzung hier? Nein, nein. Sklave, alles gut. Es ist... Mach nur. Also, nö. Sakura, Hallöchen. Tanja, ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Freund Fighter. Vielen lieben Dank für den Recep. Dankeschön für vier Monate im Kokon. Bei dir kommt der Elektriker vorbei. Wird einen Lichtschalter installieren. Und du darfst der Pantoffeln aus dem Textil deiner Wahl mit den Igomizellen nehmen, damit die Flüssen nicht mehr frieren müssen. Dankeschön. Moin, Waldi. eine Treasure Box von Rockr. Ist das ein Spiel? Ich muss eigentlich jeder grün sein. Nee, um Himmels Willen. Das wäre total schlimm. Da hätte ich überhaupt keinen Blick mehr... Also, keinen Überblick mehr im Chat. Gibt ja auch rote Raupen. Ja, das ist absolut okay. Guck mal, die Flauschraube ist gelb. Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, die Marke... Marke... Watt... Bokro... Holzspielzeuge und Puzzle für Technik-Enthusiasten. Ah... 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 Was es nicht alles gibt. Das. Kannte ich nicht. Ha 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 ha. Schönen guten Morgen, Markele. Leute mit variabler Farbe werden nur gehasst. Aber wir würden Ihnen das nie sagen, weil wir hier alle nett sind. Was stehen denn heute für Ziele an? Ich habe mir hier... Guck mal. Bohrer umziehen. Gegebenenfalls Upgrade Stufe 4. Ego, einen wunderschönen guten Morgen. Mann, du, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist echt praktisch. Ja? Also darf ich das mal... Darf ich das mal erwähnen? Dass das wirklich praktisch ist? Vorbereitet? Ich bin schockiert. Ja, das habe ich am Ende des letzten PlanCrafter-Streams gemacht. Das ist voll gut. Das ist... Das ist super gut. Tenkri-Mahlzeit. Ja? Das ist... Mega ist das. Wie, ist das alles? Nee, natürlich nicht. Aber das ist das Erste, was wir tun. Und dann gucken wir mal. So, die brauchen 45,5 Energie. Ach, komm mal. Das ist natürlich deutlich mehr. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir das uns energiehaushalttechnisch leisten können. Den Spaß. Wo bin ich denn jetzt da hoch? Das sind wir... Wir haben doch sonst immer da hoch. Was ist denn das jetzt? Geht's. Wenn man weit genug weg ist, geht's. So. Ähm. Energie. Warte. Energie überprüfen. Ist eher hier so. Da gehen ein paar. Ein paar Bohrer können wir machen. Milch kaufen. Moin, Dingsbums. Hallöchen. Womba Entertain. Vielen lieben Dank für den Raid. Schönen guten Morgen. Berenis, guten Morgen. Leveler, ein Wunder. Schönen guten Morgen. Zuerst müssen wir Spalt begrüßen. Das machen wir gleich. Was brauchen wir? Sechs Superlegierungen? Alter, vor allem das ist übelst viel, ne? Osnium. Hier habe ich noch Uran rumliegen. Kommen, den ziehen wir mal eben um. Einfach, weil wir es können. So. Uran. Das wird enger, oder? Was ist das noch? Was passt noch? Okay, cool. Ähm. Was, wenn wir euch hier noch so ein Magnesium einstecken. Guten Morgen, Womba. Hallöchen. Was hast du Schönes gemacht? Hast du auch Planet Crafter gemacht? Oder gab es was anderes? Björn, schönen guten Morgen. Wie geht's denn deinen Händen nach gestern? Es geht. Aber ich, also das war, das war auch mit ein Grund, warum ich mir dachte, naja, das machst du heute mal lieber nicht nochmal. Nicht, dass du dann, nicht, dass du dann, weißt du? Ohne Mosenik los. Hey, Ford Wargaming. Reicht da ein Schild, oder brauchen wir nicht überall welche? Ja, ja, ich weiß, dass Stäbe draus machen, keinem Zweifel. Wo gab's so viel Uran? Ähm, na die, du kannst ja dann irgendwann Meteoriten runterkommen lassen. Mit Uran. Läwä. Also ne, Rakete hochschießen, kommt Uran runter. Mario, moin, hallöchen. Wir haben Unfälle gebaut. Unfälle? Das klingt aber nicht gut. Hallöchen, Eragon. Exardon, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für den zweiten Monat im Kokon. Deine Gumminzelle hat sich auf magische Art und Weise vergrößert. Du hast mal Platz, schübt in eine entspannte Sitzgelegenheit. In die Gumminzelle machst du dir darauf gemütlich. Dankeschön. Moin, Wolf. Hi, Honkbonkman. Schon guten Morgen. Moin, Carrie. Das tut mir leid. Es ist ein wunderschön guten Morgen. Ich hoffe, es gibt was Leckeres zum Frühstück. ETS 2. Ah, und da Unfälle gebaut. Der schöne Truck. Moin, Devil. Pandoras Box. Schönen guten Morgen. So. Ähm. Wir könnten hier noch ein paar Schränke hinsetzen, wenn wir jetzt gerade mal, wenn ich hier gerade mal, hier gerade mal Schränke einstecken habe. Also Eisen. Nicht Schränke, aber Eisen. So. Äh. Und jetzt brauche ich Legierungen. Sechs Stück. Das sind zehn. Oh. Zwei erst mal, oder? So. Zwölf. Und sechs Osmium. Okay. Dann können wir jetzt zwei von den fetten Bohrern bauen und können dann... Also wir können dann die Bohrer T3, alle abreißen. Die brauchst du halt dann einfach nicht mehr. Wenn ich mir das hier angucke, 459 Luftdruck. Wärme 25. Und das hier. 0,25 Wärme. 17 Luftdruck. Das ist ja witzlos. Punktturm. Einwunderschönen guten Morgen. Ploppt in der Küche auf. Dynamic Power. Vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von Pandoras Box. Pandoras Box ist damit im vierten Monat im Kokon. Da kommt der Elektriker vorbei. Er wird Lichtschalte installieren und Pandoras Box darf sich... Pantoffeln aus dem Textil der Wahl mit in die Gummizelle nehmen, damit die Füße nicht mehr frieren müssen. Wie so schön. Der war nur geliehen. Naja, dann. Spiel hat schon ein bisschen Subnautica-Style, oder? Optik, ja. Mann, du. Optik. Dort hört es dann aber auch auf. Muckelein, wunderschönen guten Morgen. Hey, Lama. Zum Glück sind es ja denen noch was zahlen müssen. Was mir im Duschmarkt ging. Schöneren Schimmer auf der Haut als die Uranzahnpasta. Uranzahnpasta. Muckelein. 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 Sind wir jetzt mal fertig hier? Ich würde gerne mal... Vor allem voll hier eingeschlagen. Also ist ja mal... Aber sonst... Geht's, ne? Pass ich. In die Base geknallt. Ey. So. Hello. Was geht? So, hier würde ich jetzt gerne... Ich meine, hier haben wir jetzt Platz. Wenn wir jetzt... Wir kommen immer von da. Na, würde ich doch... Alter, da sind die groß. Oi, 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 oi. Hier ist doch richtig gerade, oder? Naja, richtig gerade ist auch relativ. Nehmen wir mal so aus. Wow. Das ist mal ein Gerät. Und wir haben einen schönen Sonntag. Danke nochmal. Äh... So, warte. Haben wir noch einen? Den würde ich gerne genauso ausreden. Wie es total gut geht, wenn man jetzt nicht mehr sieht, wo... Der steht. Aber ich glaube, der steht so. Meine Fresse. Ich komme nicht. Ich schaffe es nicht. Luft. Da habe ich nicht... Nee, da hinten habe ich weggeräumt. Ah, das ist ganz toll. Ganz toll, Raupe. Warte. Warte. Luft. Hallo, Spalt. Schon guten Morgen, Spalt. Geht's gut, Spalt? Ja, ne? Alles tippitoppi. Sehr schön. Spalt, geht's gut? Spalt begrüßt... Nee, es klingt, begrüßt Spalt auch erst mal. Das ist schön. Das ist schön. Der Lift auch. Schön. Das sind Braschis, ne? Happy Einwander schon guten Morgen. Warum ist da ein Spalt? Weil es ein Bug ist. Weil da ein Spalt ist. Spalt TV, sehr wertvoll, ja. So. Wie ich natürlich einmal überlegen, ob ich die anderen Ohren wegreiße, weil das lohnt halt null, ja, im Vergleich. Der wird ja wieder schon guten Morgen. Ich glaube, ich reiß die weg. Ich reiß die weg. Richtig. Shit, bitte. Ja. Was ich mich gerade frage, mal Osmium, haben wir aber auch mal begrenzt. Wir könnten mal ganz kurz, ja, wir drehen mal ganz kurz eine Runde. Eins trinken wir direkt. Wir drehen mal kurz eine Runde. So, wir könnten mal ganz kurz Baumrinde einsammeln. Hier konnte ich ja keine, ja, hier konnte ich keine Schränke stellen. Das war das Dumme. Ich habe hier eine Baumrinde hingepackt. Nehmen wir die. Da. Äh... Nehmen wir noch ein Silizium mit. So. Oh, noch was zu essen. Dumm. 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 Juhu. So. Ne, falsch. Pilz. 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 Aubergine. 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 So, da sind Pilze drin. Und Aubergine. Wir haben Wasser, wir haben Bonne, wir haben was für eine kleine Bess. Und wir gehen kurz gucken, ob wir noch ein bisschen Osmium finden. Au. Da. Ne. Oh, warte mal. Wer ist schon teilweise unterspült? Ja, ja, durchaus, aber das ist egal. Das sind die unteren Punkte, das ist, das ist Wurst. Also ich hatte hoch genug gebaut, zum Glück. Ist alles gut. Also ich hatte, ich hatte da durchaus Glück. So, das packen wir mal ganz kurz hier rein, damit der weiterbohren kann. Au. 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 Habe ich eh nicht gelesen. Habe ich nicht gelesen? Ich glaube, es regnet. Achso. Du Raupe, ich glaube, es regnet. Vor allem direkt danach. Nö. Da, Osmium. Mal hier noch ein bisschen wegkrabbeln. Osmium. Schwefe nehme ich jetzt mal nicht mit. Wenn wir hier, also die Frage ist halt, ob wir, aber ich glaube, das habe ich schon mal probiert. In so einer Höhle ein Bohrer lohnt halt auch nicht. Da kommt halt auch kein Osmium raus. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen... Und das hier ist Schwefel. Area. Schwefel. Schwefel. Ich bin sehr voll konzentriert. Ja, das bin ich. Ich muss immer erst meckern. Moin, Icepie. Girlish. Hä? Onkel, wieso? Strauchy, ein wunderschön guten Morgen. Hallöchen. So viel Wasser immer noch durch. Hä? Wieso? Onkel, warum hast du... Willst du mir erklären, warum du das doch gelöscht hast? Exit-Game? Ach so, weil... Ach so, aber ich habe doch dort einen gestellt. Das Ding ist halt, ich bin mir sicher, dass ich da einen drin stehen hatte. Einen Bohrer. Einen Erz-Extractor. Und wir können das nochmal probieren. Warte mal, was brauchen wir denn? Hammer? Ich bin gerade nicht dabei. Ich bin gerade nicht dabei. Ich bin gerade nicht dabei. Die Alu und Legierung könnte man unterwegs finden. Nein, wir können auch einfach kurz zurückgehen. Das ist ja jetzt auch nicht so das Thema. Ich brauche mal halt einfach mal noch einen. Dann gehe ich aber hier rechts rum zurück. Nicht schneller. Leichter. Ich habe halt den T2 noch nicht. Hey, Trick. Also vermutlich... Ich meine, es kann natürlich sein, dass das nur der T2 macht. Da steht es ja auch explizit da, dass der seltene... abbaut. Äh, 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 falsch. Geht das denn aus? Geht das, geht das überhaupt stromtechnisch? Geht das noch, oder? Super, weißt du was? Superlegierung, Alu. Ach, und ein Iridiumstab. Genau. Der ist voll? Nicht ganz. Ähm. Hm, 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 hm. Ich muss ja wieder Legierung holen. Ein Iridiumstab. Haben wir noch einen? Haben wir. Heute Morgen, vor einem knappen Stündchen oder so, mal eine Kaffeemaschine sauber machen. War Kaffeesatzware? Ich will jetzt mal einen Kaffee machen. Deswegen geht der Trend zur Zweitkaffeemaschine. Wir sind das hier noch nicht geschmolzen. Was soll denn das? So. Ich hab natürlich nicht auf den Strom geguckt. Guck mal. Also der macht das nicht. Nicht der Einer. Kann natürlich sein, dass der Zweier das macht, aber nicht, nicht der, nicht der Einer. Wann kriegt man denn den T2? Muss ich mal gucken, ne? Sollte ich mal... Sollte ich mal überprüfen. Weil da hinten war noch ne... Da war noch ne Höhle aus mir, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dort alles rausgegrabbelt hatte. Mal nachschauen. Übrigens frage ich mich ja, ob ich jetzt alles von der Map gesehen hab, also alles, was man so entdecken konnte, entdeckt hab. Gehob nicht. Ja, hier hab ich tatsächlich alles rausgegrabbelt. Hier ist halt nischt mehr. Das ist jetzt Schwäfelgebiet. Mögen wir aber alle silent. Wer war da? Nicht zu täglich sauber machen. Ich muss mich übrigens noch bei dir bedanken für den Husky-Zweiler-Brownie. Ich hab die ersten Minuten geweint vor Lachen. Ausrangierten Industrie-Kaffeemaschinen, mit denen der ganze... Was? Der Kühlregal-Kaffee-to-go hergestellt wird. Bei der 3-Davon-Betreib kommt man wenigstens ohne Wartezeit über den Tag. Gar nicht überdrehen. Oh, warte mal. Wenn hier eine Bohne rumliegt, erst mal die mal. So. Diese komische Kiste mal leerräumen. Schon die ganze Zeit am Ignorieren bin. Hier aber nichts. Wir hatten... Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an etwas. Ganz kurz da hoch. Könnte noch Superlegierung liegen. Da will ich jetzt zum Bohrer sagen. Wäre ich ihm jetzt zum Erzextrakter oder zum Bohrer? Also zum... Luftdruckbohrer. Erzextrakter? Solange er es mir nicht irgendwie verrät, wo ich was abbauen kann. Oh, ich erinnere mich an. Okay. Was ist denn? Hey, Küste. Äh. 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 Oder die Gero? Ach. Ähm. Na, pass mal auf. Wir können... Wie lohnt sich das hier? Der Ausgang verflucht. Von der Kiste. Hier ist was auch immer das ist. Der Ausgang verdammt noch eins. Ach da. Naja, wir können ja hier mal eine hinstellen. Wo haben wir denn? Da haben wir. Wo nicht? Wie schon? Ich muss das aber nicht an diese riesen Böppelse packen, oder? Das war schon so ein Gedanke, aber ich dachte, das geht nicht. Also ja, sag mal. Nicht, dass ich da einfach was falsch mache, irgendwie. So. Na mal hier noch. Nehmen wir. Meine Metaar schon wieder voll. Das geht doch so nicht. Moment. Hier ist der Schrank. Dings. Eisen anbaut, aber auch anderes. Schau dir mal. Iridium. Ja, da steht aber auch Iridium. Ja, ja, ja. Nee, nee. Also. Nee. Wir gehen gleich mal. Wir können ja gleich mal hingehen. Aber das. Also man sieht das. Auch bei Alu. Das sieht man. So, die hier brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Ich muss jetzt eigentlich auch das hier mitnehmen. Und das. Den Rest würde ich tatsächlich mitnehmen. Das kann ich erstmal hier liegen lassen. Gucken wir mal rein. Also ich zeige das gleich beim, beim Iridium, äh, Erz-Extractor und beim, beim Alu-Erz-Extractor gerne. Er zeigt dir das an, was er dort quasi als seltenes Material max abbauen kann. Ja, und wenn er halt Eisen anzeigt, dann gibt es nur so Standardsachen. Eisen, Magnesium, Kobalt, Titan, Silizium. Wenn er Iridium anzeigt, macht er neben den fünf auch Iridium. Wenn er Alu anzeigt, macht er neben den fünf auch Alu und so weiter. Also das ist nicht, äh, ich hab das beobachtet. Das ist nicht das. Er zeigt dir nicht das an, was, äh, was er als nächstes abbaut. Das ist halt vollkommener Quatsch. Äh, sondern er zeigt dir das, äh, ja, das, ja. Er zeigt dir einfach an, was er so grundlegend abbaut. Mhm. Okay, das, das ist natürlich interessant hier, ne, weil das, das, also weist das Ding nicht darauf hin, dass hier vor den Menschen irgendwas war? Also eine Zivilisation war irgendwas? Weil das hier ist doch, ich mein, das ist ja nicht menschengemacht. Moin Heike. Also, das ist schon ein bisschen... Hm. Das ist spannend. Moin Murphy's Law. War es bei mir auch, wie du es beschrieben hast. Ja, so ist es halt auch. So, wir können mal gucken, wenn wir hier noch einen Erstextraktor stellen, ob der hier eventuell Legierung abbaut. Aber das glaube ich nicht. Das ist einfach gar nichts und ein schlecht abgeschlossenes, äh, nur schlecht abgeschlossenes Gebiet. Oder das? Speak, friend, and enter. Moin Vaporizer. Moin Struppi. Hm. Supermärkte verkaufen Alu in Riesenmengen im Folienformat. Hm. Was mir geil war, als er das Dargeld gebaut hat? Oh. Ja, okay. Ja, ja, ja. Also der T2, der steht mir ja eh noch aus. Auf den T2 freue ich mich schon. Tatsächlich. Weil ich halt glaube, dass der dann wirklich... Also ich vermute, der T2, der wird mir dann, äh, Osmium und Sonder... Also Legierung und so, der wird mir sowas bescheren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der T2 wird dann mein Freund. Da steht es ja auch explizit dran, ne? Seltenes Material. Hm, hm. Alu muss ich jetzt eigentlich gerade gar nicht mitnehmen. Eins, zwei, drei. Da, das, da. Das. Muss schon Kürbel sahen. Hm. Ich spiele gerade die Demos. Macht echt Spaß. Würde gerne wissen, wie lange die Demo geht. Habt ihr da eine Ahnung? Merkste. Also ich glaube, die Demo habe ich... Habe ich die in einem Ritt durchgespielt? Also in einem Stream? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Damals. Das ist halt echt schon lange her, wo ich die Demo gespielt habe. Na was nu? Kein Dunst. Leider. Das ist zu lange her. Peter, danke für den Recept. Danke für den zweiten Monat im Kokon. Deine Gummizelle hat sich auf magische Art und Weise vergrößert. Du darfst dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle schieben und es dir darauf gemütlich machen. Dankeschön. Ero ist Rattentod. Moin Henry. Ich wünsche ebenso einen schönen Sonntag übrigens. Äh... Nachdem du die Demo gespielt hast, wurde sie aber auch noch oft geupdatet, hat neuen Content bekommen. Ah. Ja, gut. Ja, bei mir... Also bei mir ist die Demo halt echt schon richtig lange her. Das stimmt. Nicht neblig werden jetzt so. Ja. Tududu tudu 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 Was ist denn das hier eigentlich für ein geiles Gebiet? Hier sehe ich mich doch. Mist. Hey, Fünkis. Äh. Äh. Schrank. Äh. Ich glaube, ich lege die erst mal ab. Ich will hier eigentlich gerade ein bisschen noch rumgrabbeln. So, aber jetzt kann ich keinen Extractor mehr stellen. Äh. Alu. Dann habe ich das eine Alu da drüben gelassen. Eine Alu und das Titan. Ich meine, Titan ist jetzt nicht so das Problem. So, und ich hätte gern Silizium und Alu. Naja. Egal. Ich würde hier halt gern ein bisschen umgucken. Oh, eine Zirkiste. Da drüben. Tudu. Äh. Moin Oli. Nein, 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 nein Nein, nein, nein No, I will not talk in English. Sorry, this is German Korean, please search for an English for English餐 if you want toростngish. Nice Hey, Warhelmi. Für guten Morgen. Servus, Ratten-Tod. Moin, Atlas. Die wird doppelt. Ich glaube, hier wird es doppelt begrüßt, aber es ist egal. Ich mag beide. Ist das für eine Frage? Snickers oder Mars? Hauptsache Schoki. Bambel, ein wunderschönen guten Morgen. So, ich trinke mal was. Kann ich nämlich das hier noch mitnehmen? Wenn ich jetzt noch was esse, kann ich auch das noch mitnehmen. Hier müssen wir auf jeden Fall mal noch reingucken. Also, ob es da reingeht. War noch die Frage. Ha! Hab ich geahnt. Das hab ich geahnt. Das sah doch direkt so aus. Als würde man da in der Ecke irgendwas verstecken. Bambel hab ich begrüßt, ne? Das eine Alu behalten wir mal. Diesen packen wir erst mal ganz kurz. Ja, die Samen packen wir hier rein. Ein Titan weg. Das Wurfen weg. Und das. Ja. Den nehme ich stellen, testweise. Gucken wir mal, was es hier gibt. Vermutlich nix. Das hab ich mir gedacht. Hm. Ich hab mich schon gegrüßt. Nach dem dünnen Start in den Tarkast. Nämlich jetzt schlagartig zum Lachen gebracht. Sehr gut. Läuft. So muss das. Moin Eisberg. Hallöchen. Nehme ich gleich voll. Das heißt, wir brauchen Schrank Nummer zwei. Und wir stellen jetzt hier so eine Markierung. Sonst finde ich das nicht wieder. Oder? Naja, ich würde zumindest die Markierung stellen wollen. Ähm. Wegen. Also damit ich einfach weiß, ich muss hier noch Sachen abholen. Das ist eigentlich eher so das Ding. Und die machen wir. Link. Link heißt, hol Sachen ab. Das, 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 das. Das 오빠. Das ist das. Das ist das. Das ist auch noch eine Kiste. Ich darf nicht sortieren. Nach der Wasserflasche ist alles, was ich ablegen kann. Wenn ich sortiere, habe ich das Problem nicht. Okay, Eisberg. Pink, Sachen abholen. Ich erinnere dich dran. Danke, Muckel. Da oben wollte ich gucken, ob man da rein kann. Wie du Tunic findest, mag Spiele eigene Sprache haben und erst mal der Zeit versteht, so wie No Moon Sky. Bei Tunic finde ich es etwas zu arg. Naja, das Ding ist halt auch, dass ich glaube, man lernt die Sprache nicht. Ich kann mich da irren, aber das ist im Prinzip nur zum Teil, also ich glaube, das ist Absicht so, dass dir das so ein bisschen, dass die Sachen verschweigt. Und du immer nur so ein paar Fetzen kriegst. Aber ansonsten... Ist da ein Bug hier. Ansonsten gefällt mir Tunic gut. Man scheint ihn irgendwo rein zu können, oder? In dieses... Pelz... Pelz-Formation... Irgendwo langgepackt. Noch eine Kiste. Und hier dahinter ist... Okay, das ist ja mal cool. Okay. Moin Chakai. Äh... Instant magisch verwunden, ja. Die Magie des Planeten. Eben, das möchte... Also, ne? Also, das ist halt... Also, natürlich ist das total unrealistisch, aber vieles an dem Spiel ist total unrealistisch. Vieles an Spielen generell ist total unrealistisch. Ich mein, bis auf das Chatpack, was wir benutzen. Das ist... Also, das ist enorm realistisch, weil wir fressen auch die ganze Zeit Bohnen. Von dem her ist das vollkommen verständlich, wie das funktioniert. Aber... Also, du sollst sie halt entspannt einfach aufbauen. Entspannt den Planeten erkunden und so weiter. Das will sie halt auch nicht zu schwer machen. Und das finde ich auch okay. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Hm. Hey, Chakai. Bei den Bierdeckel-Items wissen wir ja gar nicht, was die machen, oder? Unbewusst, dass das Spiel härter macht. Bierdeckel-Items. Ach, die Dinger. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da fehlt mir noch eine Seite, Delift. Mir fehlt da einfach eine Seite. Für die Bierdeckel. In Tunik. Lachen wollen. 35 aufgestanden. Nachdem er beim... Großort angekommen ist, draufgekommen. Hoppla, verschoben. 13 Uhr. Jetzt ist sie in der Sonne. Schau dir zu. Spontan schon in der Hunde von dem Fakka trainiert. Schlapp gedacht, als ich im Englisch erzählte, warum ich auf verlorenen Posten stehe. Ihr bestellt nicht abgeholt im Industriegebiet. Ja, wir sind definitiv nicht der erste Planet Crafter auf dem Planeten. Wir haben ja schon viel mehr gefunden. Ich muss nur in der Welt, die es darstellen will, realistisch sein. Ja. Inventar eigentlich Gegenstände fixieren. Sie nicht automatisch abgelegt werden. Nee. Versucht nicht zu sagen, wie in Zapnautica. Nee, das geht nicht. Hey, Bob. Hey, Bob. Ganz kurz hier in die Liste gucken. Ich würde hier definitiv mehr Schränke brauchen. Vermutlich. Das ist entgeil einfach. Also ich meine, der hat sich zumindest ein Nährstoffdings gebaut, den ich leider nicht abbauen kann. Der hat sich so ein Herstelldings gebaut. Er hatte haufenweise Samen. Wieso hat er denn nicht überlebt? Was ist denn das für ein Tropf? Ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zu finden, die zum Bau einer Startplattform benötigt werden. Die Stürme sind in letzter Zeit selbner geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden, um die Plattform auf dem Grund zu bauen. Um vor den Winden geschützt zu sein. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. Das sehe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Noch einmal verlasse ich diesen Unterschlupf in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Ich meine, vielleicht hat er es ja geschafft. Und, also, ne? Vielleicht hat Iklas es ja geschafft. Der Billow-Unterschlupf. Iklas, was ist da los? So, ich würde gerne noch so ein Ding bauen. Achso, Moment. Ich weiß, ob ich keinen... Jetzt habe ich meinen Alu weggegeben, ja, ne? Mir fehlt ein Titan. Mir fehlt ein Titan. Mir fehlt ein Titan. Mir ist ja auch ein perfektes Spiel für die Switch. Ja, definitiv. Yep. Das denke ich auch. So, wie schön grün es hier wird. Hier enden allerdings die Ressourcen. Das heißt, hier ist aktuell Mapende. Mapende. Map, 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 Mapende. Ja. Spann uns mal. Irgendwas? Ja. 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 Und da hat mich fast ein bisschen in der Kiste hingesetzt. So. Jetzt haben wir hier dieses Loch eigentlich größtenteils erkundet, oder? Also hier diesen... Hat er es irgendwo geschafft, so eine Startrampe zu bauen? Vielleicht hat er es ja irgendwo geschafft. Das kennen wir schon, ne? Oder? Doch, von der anderen Seite. Genau. Hier einmal über den Hügel drüber. Ja. Und James. Trinken. Das, 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 Schluss. Ja, gut. Dann haben wir auch hier die Ecke. Ich frage mich, ob wir jetzt alles gesehen haben. So, gucken wir mal, was wir hier mitnehmen. Auf jeden Fall die Legierung, Dünger, Raketentriebwerk, Osmium-Irinium-Stäbe nehmen wir mit. Dünger. Die Stäbe hätte ich mir aber erstmal... Naja, was soll... Wir nehmen sie mit. Ähm... Zwei Plätze haben wir noch. Nämlich das Alu noch mit. Und einmal Schweig. Das holen wir dann ab. Also, müssen jetzt eh ein paar mal hin und her. Aber da haben wir doch wieder gut, äh, Stuff gefunden. Nice. Vor allem wieder ein Raketentriebwerk. Das heißt, wir zünden dann wieder eine Rakete. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hm. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich zwei pinke Lichter habe. Habe ich nicht vergessen, Mucke? Habe ich nicht vergessen. Oh, ist bestimmt voll, ne? Wie schön grün es hier wird. Das ist voll hübsch. Hübschi. Sehr schnieke. Fein, 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 fein. Oh. Ne, warte. Ne, doch, hoch. Sieht eigentlich energietechnisch aus? Geht. Geht noch. Wir müssen dann langsam wieder... Langsam müssen wir wieder ein bisschen... Man könnte mal wieder ein Kernkraftwerk stellen, wa? Äh... Dünger. Dünger packe ich. Äh... Ich packe es erst mal... Oder? Können wir hier noch einen Schrank stellen? Wir können hier noch einen Schrank stellen. Also stellen wir hier noch einen Schrank. Wenn ich Dünger eigentlich... Also ein extra Lager für Dünger ist fast so ein bisschen albern. Aber... Dann nicht lang drin bleiben. Egal. Mehr Sonnenkollektoren. Und die Bevölkerung so... Jetzt! Atom! Eridium! Uran! Legierung! Ja, so langsam füllt sich das da wieder. Alu! Achso, das war für den Extractor. Hatte ich das ja noch dabei. Stell ich den irgendwo? Nee, ne? Lohnt's ja nicht. Beim Schwefel eventuell. Man könnte Schwefel abbauen. Das machen wir. Ich brauche noch einen Iridiumstab. Und eine Legierung. Äh... Schwefel. Wo ist Schwefel? So, und das Triebwerk... Pappe ich erst mal unten in die Klinik. Das kann hier raus. Wir haben jetzt einen Baumrindeschrank. Den wir vorher nicht hatten. Da ist auch der eine Baumsamen drin, den wir haben. Äh... Wir essen was. Und... Eisenkisten habe ich noch gar nicht. Ich meine, das war bisher halt auch total schwachsinnig, weil wir haben eigentlich Eisen immer Mangel. Das ist halt ständig zum Bauen. Gut. Attacke! Halt! Wasser! Mehr Flasche wenigstens mitnehmen. Dann unterwegs stellen wir den... Erz-Extractor ab. Hm. Togodera hat dich nicht gegrüßt. Hat dich, ne? Oh. Luft. Unwesentlich voll. Hallo, Schwefelfeld. Hier kein Fundament dran. Geht nicht dran wegen dem Magnesium, oder? Jo. Äh... Haben wir hier zufällig noch drei Eisen? Abgammeln? Irgendwo? Wo Eisen? Nein, wo ist Schwefel? Hm? Hm. Man sieht hier aber auch so schlecht. In dem Schwefel dunst. So. So. Hier zeigt er nämlich Schwefel an. Das heißt jetzt nicht, dass das nächste, was jetzt rauskommt, Schwefel ist. Sondern er zeigt es halt sofort an. Dass er hier Schwefel ziehen kann. Schauen wir mal da rein. Nicht? Aber das erste, was er zieht, ist Kobalt. Aber er kann. Er hat die Chance auf Schwefel, sozusagen. Darum geht's halt. Hey, Dike. Moin, sind ja Ghostborker. Will ich nicht wissen, Dike. Habe ich nicht gefragt. Don't tell me. Sonst kommst du zurecht? Ja. Klar. Natürlich. Ich arbeite jetzt hier gerade ein bisschen Stuff zusammen. Auch hier die rosa, meine rosa Markierung abgrabbeln. Da habe ich Dinge rumliegen. Die müssen jetzt nach Hause in die Base. Müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Raketen zünden. Weil wegen uns so. Nehmen wir jetzt einfach alles mit. Ich komme sowieso jetzt mehrfach zurück. Das ist halt jetzt einmal hin und her. Ich freue mich so drauf, wenn sie dann wirklich, wenn sie Fahrzeuge einbauen. Ich meine, ja, man ist recht schnell mit dem Jetpack. Und es, äh, Sauerstoff reicht ja auch, um einmal quer über die Map zu kommen. Also, muss ja, rein theoretisch müsste ich ja nicht einmal hier irgendwo Halt machen. Ja. Ähm. Das ist schon ganz nett. So. Aber so ein Fahrzeug wäre schon geil. So ein Quad oder so. Njum. Hausmeer, moin. Moin. Schön, dass hier langsam aussieht. Ah. Magillow Rover. Acht Riesenrädern. Ja, so ein Ding. Globales, vernetztes Lagersystem. Na, jetzt aber treibt es da aber gleich, ja. Ist ja total unrealistisch. Oh, da. Hier. Äh. Ball. Hm. Das freut mich. Dekorator. Würden schon mehr Frames pro Sekunde reichen. Ja, das stimmt schon. Effektives Förderbandsystem. Wäre auch schön. Jetzt bei unter 20 in der Base. Okay, das ist... Ah, er hat ja... Also mit... Es hat ja mit meiner Base, hat es ja auch schon ein bisschen zu tun. So. Auch ein bisschen zu... Zu viel Stuff, der hier so rumsteht. Hm. 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 Hoch. War nicht meine Absicht. Äh. Wir können ja hier jetzt mal Eisen einlagern. Weil lohnt das schon? Könnte halt hier in die Mitte auch noch zwei Kisten machen, dann läuft man halt hier so dran vorbei. Dann lasse ich halt hinten die Wand frei. Das geht halt auch. Ich meine, offensichtlich haben wir ja erst mal genug Schränke. Dann machen wir hier noch eine hin. Und hier. Und dann machen wir es halt so. So. Ist auch ganz cool. Ja. Gut. Samen. Samen sind hier drüben. Ja gut. Moin Andi. Hallöchen. Ah. Jedenfalls ist das jetzige Lager riesig. Die ganzen Module. Da haben wir ein bisschen Platz. Ist ganz cool. So. Also riesig würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ein bisschen Platz auf jeden Fall. Das Gute ist halt, wenn ich hier hinten die Wand nicht zustelle, kann man rein theoretisch hier noch ansetzen. Aber das würde ich gar nicht machen. Ich bin ja eh immer überlegen, ob wir dann alles unten auf den See noch umziehen. Also das gar nicht so hier oben belassen. Aber dann wäre halt Spalt weg. Würde dann halt Spalt entfernen. Und das, naja. Aber man könnte halt, ne, man könnte halt, so wie wir es mit dem Biodom gemacht haben, mit dem Großen, könnte man das halt alles auf den See sozusagen setzen. Ob das sinnvoll ist, ist jetzt erstmal eine andere Frage, aber... Schnapperatmung. Ja, ist ja gut. Spalt passiert nichts. Alles gut, Chat. Du kannst 1istle tun. Mhm. 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 Ja. Mhm. 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 Aber es würde besser aussehen. Ja. Ich sag's nur. Beim Joker heult doch immer rum, dass es hässlich wär. Nnennennennennennennennennen. Mit so Moppet hier lang. So. Klass. Klass. Gut, jetzt sind hier die Schränke erstmal leer. Das heißt... Der Marker kann weg. Klass. Mhm. Mhm. Ich habe das gelesen, dass du gesagt hast, mein Lager sieht sehr schön aus. Ich habe das nicht überlesen. Ich habe das gelesen. Ich habe das zur Kenntnis genommen und mich auch darüber gefreut. Aber es sind ja einfach nur Schränke an Wänden und in der Mitte. Das ist jetzt keine Höchstleistung. Das hat nicht nur was mit dem Internet zu tun, Joker. Das ist so ein generelles Ding. Das ist ja auch bei Nachrichten so, dass häufiger negative Sachen gebracht werden, weil sie einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Man muss auch die kleinen Dinge lubend erwähnen. Sonst gibt es ja nicht viel. Danke, The Lift. Danke. Wieder gestänkert. Chat, ne? Ich habe übrigens mal nachgeguckt bei Dismantle. Fehlen mir tatsächlich nur vier Errungenschaften. Und das sind alles die Sammlungen. Mehr ist das nicht. Die Medaillen noch voll machen. Wie geil grün das hier wird. Ist das herrlich. Mag das Wasser in der Nähe der Anerwes? Ja, ich mag das generell. Mir gefällt das, dass die Base auf Wasser steht. Das finde ich sehr nice. Wir brauchen hier irgendwie die Stoffkiste noch umziehen. Das machen wir mal. Was sind die Legierungen? Packen wir hier rein. Das müssen wir gleich von unten noch holen. Dann machen wir gleich mal noch einen Stab draus. Da. Nein. Nein. Schweb. Ja. Auch verarbeiten. Was ist da rein? Was ist hier rein? Verdammt! Da noch einer. Naja, irgendwann musste es passieren. Ich hab ne Eisenküste. Ich hab ein Zitronen gemacht. Zitronen ist noch so ein Rohr und das steht aber fast an dem Weißen dran. Wieso komme ich auf der anderen Seite durch und hier nicht? Man legt's nicht. Das ist gleich. Das ist jetzt aber uncool. Hm. Da sehen wir noch zwei Medaillen für Brunnen und Türme. Äh, rote Telefon geklappt? Nö. Schreckt das Wasser noch? Nö. Nee, das weg nicht mehr. Hm. Wieso geht denn das hier nicht? Das ist doch scheiße. Das macht doch alles kaputt. Komm dann da nicht durch. Rote Telefon, anderes Spiel. Ich bin zu dick. Wie kann denn das hier drüben funktionieren? Das ist doch unlogisch. Es ist halt identisch. Egal. Gott. Egal, es bleibt jetzt so. Wo steht der Weg? Nö. 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 Ich muss auf Kuchen-Diät. Nö. Das ist wahnsinnig. Was soll das denn jetzt? Geht's? Schön, schön. Kann ich aus dem See trinken? Nee. Direkt trinken aus dem See kann ich nicht. Aber wir haben, also inzwischen habe ich ja hier diesen komischen Wasserfilter. Also den See-Wassersammler. Und ich vermute mal, also der wird das so ein bisschen filtern, weißt du? Statuswerte zeigen? Ja, kann ich. Also wir müssen ja nur eins nach oben. Ist ja inzwischen nicht mehr so schlimm. So sieht's aus aktuell. Ach, siehste. Ich wollte mal gucken, ab wann wir den Dings kriegen. Hi, Verti. Moin, moin. Fischbrötchen aus der Küche mit schön viel Spiegel. Macht das Sinn. Und mehr tief danke für den... Hallo. 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 Der Kräuter? Na, hoffentlich kein Dill. Der Moos ist also abgeschlossen und jetzt kriegen wir Kräuter. Wie lange bist du noch live? Du hast angemacht. Also Sonntag geht meist so bis halb um fünf. So sieht's hier. Der kommt bei 364,5 MPa. Das dauert nur ein bisschen. Wir können aber natürlich dafür sorgen, dass es ein bisschen schneller geht. Was sagt der Energy? Der Energy sagt, hab ich noch. Also bauen wir da nochmal so einen herrlichen Bohrer. Sind eigentlich die... Da ist keine... Okay, da da keine Legierung drin ist, lasse ich die einfach erstmal noch stehen. Raketenste... Ach ja, stimmt. Weil das... Ja, 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 ich weiß. Ich muss nochmal... Ich muss nochmal looten gehen. Keine Sorge, hab ich nicht vergessen. Ähm... Welche macht denn Luftdruck? Weiß ich wieder nicht mehr. Auf jeden Fall brauche ich ein Triebwerk. Das haben wir hier. Raketentriebwerk. Dann wollte ich... Das hätte ich fast vergessen. Das umziehen. Oh. Entweder Silizium oder Kobalt. Ich kann mir das sehen. Ähm... Was machen wir noch? Mal Legierung. Ja, ne? Ich weiß noch nicht, wie viele. zwei, drei, eine. Mal hier mal drei mit. Warum hast du keinen Vertrag mit irgendwen, dass du rich wirst? Das ist... Das ist professionell hier. Das erinnert mich dran... Das erinnert mich dran, dass ich gerade... Dass ich vorhin auf Twitter hab ich... Hab ich ein... Hab ich ein Video gesehen. Äh... Von einer... Das war eine Überwachungskamera an einem Haus. Und da kamen zwei... Zwei Jungs. Der eine 16. Der andere, keine Ahnung. 14 oder jünger. Ähm... Bei dem einen... Er hat das... Haben die... Wo die sich unterhalten haben, halt explizit gesagt, dass er 16 ist. Deswegen... Äh... Weiß man das da so genau. Und das war so knuffig. Die haben dann... Die haben geklingelt an dem Haus. Haben... Und haben gesagt... Äh... Sie sind sich... Also der eine, der... Der kleinere so... Ja, jetzt hab ich ein positives Gefühl. Es wird jetzt fast so... Und geklingelt. Und dann kam eine Frau raus. Und sie haben dann gefragt, ob sie... Ähm... Also sie würden für... Für 20 Dollar würden sie den... Den Schnee wegmachen vor der... Also in der Einfahrt komplett. Ja. Äh... Und die Frau hat angenommen, hat gesagt, ja, ist in Ordnung. Also... Ja, auf jeden Fall. Und dann geht sie wieder rein. Um irgendwie das Geld zu holen. Also die erste Anzahlung sozusagen. Weil sie halt gesagt hat, ich geb euch jetzt 10. Und wenn ihr dann fertig seid, kriegt ihr die restlichen. Äh... Die restlichen 10. Und dann ist sie wieder reingegangen, um das Geld zu holen. Und in dem Moment, wo sie reingeht und die Tür zumacht, ähm... Und die Tür zumacht, die, äh... Der kleine Junge so... Wir sind rich! Wir sind rich! Und haben sich tierisch über diese 10, beziehungsweise 20 Dollar gefragt. Ich hab mich... Ich hab mich total beömmelt. Ja? Ja, ja. Man wird... Also man... Das... Ja. Genau. Hey, Valjaris. Musste ich jetzt ein bisschen dran denken. Musste ich grad ein bisschen, äh... An genau dieses Video muss ich denken. Ja, das, was Strauchi sagt. Ja? Also ich, ähm... Ich hab das schon... Ja, ja. Ich hab das schon so verstanden, dass das, äh... Dass du das, äh... Als Kompliment gemeint hast. Äh... Kann man da so konkret sein? Wie konkret? Was genau du meinst? So können wir nur raten. Nee, nee. Ich hab das schon, äh... Ich hab das schon verstanden. Ja? Wie du das meinst. Nur es ist... Also ich mach das als Hobby. Ganz einfach. Hoppe braucht das nicht. Sie ist schon rich. Genau. Ich hab 10 Dollar. Nein, ich mach das nur als Hobby. Ich hab einen ganz normalen Job. Neben dem hier. Ganz normale Arbeiten. So. Einmal nach da oben. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Äh, ich hätt gern... Luftdruckmultiplikator. Da ist er. Es sind übrigens immer zwei Legierungen. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Ah. Dass der Mann im Lotto gewinnt und sie dann davon leben kann. Genau. Das ist der Plan. Man kennt's. Ah. Die Raketenart auf dem Blatt Papier notieren. Ja, ich sollte mir... Vor allem... Ich hab ja hier so eine Liste, wo ich mir aufschreibe, wie viele ich schon gestartet hab, ne? Was ist das jetzt eigentlich für eine? War das jetzt ein Iridium- oder eine Uran-Rakete? Ach, lassen wir sie starten. Dann sehen wir es schon. Tschüss! Komm bald wieder! Grüß die Familie! Ach so. Iridium. Okay. Muss ich hier nämlich einen Strich machen. So, pass auf. Das heißt, das hier ist... Luftdruck... Und braucht Silizium. Kann man hier noch irgendwo hinschreiben, dass ich dafür immer... Trieb... Berg... Zwei Legierungen... Und... Je... Drei... Entweder Silizium oder Kobalt. So, das heißt, die hier braucht Kobalt. Und die ist nicht für Luftdruck, deswegen muss ich gleich gucken, wofür die da ist. Gäste ich immer. Wofür ist sie da? Wärme. Wärme. Okay. Hab ich. So, ich geh mal besser rein. Das wird mir hier so ungemütlich. Wo ist... Äh... Da. Hey, Pavadis. Na, schauen, was der Himmel zurückschießt. Mediumraketensinn schafft doch... Der kleine Miner schon. Darum geht's ja nicht, Leveler. Geht darum, dass das einen Bonus gibt auf Luftdruck. Es gibt Multiplikator. Deswegen schießt man die eigentlich hauptsächlich hoch. Es geht nicht... Also mir geht's nicht um das Iridium, was da runterkommt. Aha. Tun sie, Lengri. Da ist der Gas-Extractor. Hey, Danaris. Äh... Auch realistischer zumindest, wie Raupe sonst spielt. Äh... Am, 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 Am. So. So. So, 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 so. Das war das. Das Video nehme ich jetzt nicht mit. Darum ging es mir nicht. Schaffen wir das noch einmal hinter, um Zeug mitzunehmen? Wir haben relativ... Also, Nahrung, Wasser wird knapp, ne? Habe ich hier zufällig noch was drin? Schade. Das ist aber knapp. Das ist jetzt Risiko. Jetzt habe ich aufgegeben. Macht zwar Spaß, aber wenn die Pw-Funktion nicht so will wie du... Es ist echt scheiße. Die Pw-Funktion. Die Passwort-Funktion. Du, ja. Pw ist für mich immer die Abkürzung für Passwort. Ja. Die Holzküste hat eine Passwort-Funktion. Ob er war in der Wüste, bald wird der Sand knapp. Ja, hat sie. Okay. Gut. Das war's, ne? Ich weiß, das hier kann jetzt auch weg. Äh. Nein. Uh. Sollte nicht versuchen, über die Berge abzukürzen. Ist halt nicht dafür gedacht, dass man da drüber latscht. Ja. Ich weiß, Spiel. Ich sehe das. Wir schaffen das. Komm nicht. Oh. Warum muss ich immer alles alleine machen? Immer ich. Wasser steigt immer noch. Hier? Nö. Jesse, hier steigt nicht mehr. Steigt gar nichts mehr. Und ewig nicht mehr. Unter Wasser. Aber ich muss sagen, Unterwasserregen sieht nett aus. Oder? Du meinst, anderswo? Achso. Ah. Mach mir mal keine Angst hier. Warte, Hunger. Nein. Nein. Pils, pils, pils. Ovechina, ovechina, ovechina. Gut. Ovechina. Cobalt. Eisen. Jum. Titan. Halt. Seite. Schwefel. Jum. 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 Oh, wir haben noch einen. Dann jagen wir gleich noch einen hoch, oder? Wie sieht's denn jetzt aus? Warte mal. Jo. Luftdruck steigt gut. Ich erinnere mich daran, meine Mikrowellen-Currywurst von Lidl in den Bingenofen zu schieben. Wenn die 50% gesenkt war, wird die auch schmecken. Mhm. Mhm. Stimmt. Hm. Jetzt hat sich was verändert. Ich hab das bisher als Apnautica für Nichtschwimmer gesehen. Nee. Ist ein anderes Spiel. Ja, es ist noch ganz schön kalt. Noch ein bisschen kalt. Wenn man halt auf Marsianer-Style aussetzen, würde klarkommen, in einem Spiel. In einem Spiel. Auf wie viel Luftdruck muss ich? Ja, gut. Das könnte man jetzt einfach nebenbei laufen lassen, ehrlich gesagt. Ich verhierere automatisch Gase aus dem Untergrund. Wie ist denn das gemeint? Also was? Wie viel haben wir? 131. Da geht's ja um ein Ding, ne? Was macht denn das? Was ist denn das? Deolit? Ich will's nicht wissen. Vorsicht, gleich wieder jemand, ne? Chill. Das ist Blumenstreuer. Wo krieg ich denn das, ja? Zeolit. Kernfusion. Das kann man noch nicht. Kommt bei. 750. Nee, das dauert noch. Baumsamenverteiler-Heizung. Ruhelsar-Quartz. Saatstreurakete. DNA-Manipulator. Natürlich. Was ist sonst? Da. Wasserfelder ermöglicht das Trinken direkt aussehen. Kernfusions-Brennstoffzelle. Man kennt's. Okay. Wo krieg ich denn das hier? Möchtest du ein Gebiet übersehen? Schießen wir Raupen auf den Mars? Wird's schon rocken? Nein. Bitte nicht. Ah. Da im Katzenstreu. Ich hab mal gelesen. Warte, ich hol das Katzenstreu und dann guck mal. Ich kann auch Gase extrahieren mit genügend Zwiebeln. So. Achso, ich hab noch nicht alles wegsortiert. Warte mal. Hab ich ablegen lassen. Apropos, außerdem wollte ich noch eine Rakete zünden. Was zündet man denn? Wird eine Wärme, oder? Luftdruck geht ja einigermaßen schnell hoch. Wärme könnte noch ein bisschen schneller gehen. Das heißt, wir zünden eine Luftdruck. Also, brauchen wir dreimal Kobalt. Mit Alu brauche ich nicht. Das ist noch weg. Das hier können wir auch mal nach oben bringen. Muss ja auch nicht mehr rumstehen. Kann ich nur hoffen, dass das noch in die Kiste passt. Ja, ich weiß nicht, was ich denn hier mit dem gewonnenen Platz mache. Muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ähm. Nochmal ein Glück. Ja, Schäwefell. Schwarzpulver mit rein. Aluminium. Wir brauchen zweite Legierung. Und wir brauchen dreimal Kobalt. Bald. Dann die hier noch wegpacken. Ja, ne? Kobalt. Zwei Legierungen. Und ein Triebwerk. Genau. Ne, gut. Dann. Hoch. Hier geht's raus. Wasser mitnehmen. Äh. Da muss man hin da hinten. Aua, die Klebererwerbung. Kommt das von da? Oder von da? Ah, gut. Das ist gut zu wissen. Wo? Hier hält immer noch drüber rumliegen. Ja, ja, gut. Ich mein, das ist ja auch noch nicht die Gange hier. Alles voll mit Iridium. So. Die brauchen wir, ne? Wärmemultiplikator. Was ist denn das? Die sind ja grün. Was soll? Ih. 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 Ih, Ih. Was ist das? Hey, stopp. Aus. Du machst alles. Aus. 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 Tsch. Sind das die Legierungen? Sehe ich das richtig? Sag ich mal kurz. Entschuldigung. Komm schon wieder jetzt. Weitermachen. Oh. Mist. Ja, nice. Okay, cool. Äh, nett. Warte mal, die baue ich aber erst ab. Meteoritenschauer. Kann alles runterkommen? Nice. Ne, Standard war der nicht. Also der normale sieht so nicht aus. Der, der Standard. Der, 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 der sieht anders aus. Optisch. Helben. Moin. Äh. Ne, 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 ne. Ui. 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 Muss aber auch irgendwann aufhören, oder? Es hört nicht auf, ne? Ui. 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 Okay, jetzt hört's auf. Ui. 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 Ich wollte gerade sagen. Weil die Farbe sieht anders aus. Also beim normalen Meteoritenschauer, den wir auch schon oft genug hatten, ist die Farbe eine vollkommen andere. Das ist so rötlich. Und da ist auch der Himmel nicht so, nicht so unglaublich rot, wie er gerade eben war. Und die Meteoriten, die waren ja so lila-grün. Das war ja, der Schweif war ein gänzlich anderer. Die waren bunt halt, wie die Legierung. Sehr hübsch. So. Knopf drücken. Nice. Hey, schau. Zoom. Ihm so. Trotzdem stand er gegen den Speziellen, die du mit den Raketen auslösen kannst. Aber er sieht optisch doch anders aus. Grünem Schweif, nix oder normal, Resis? Gerade hat ein blau-lila Schweif, kommst du Legierung. Auch abhängig, wo auf der Karte du bist. Echt? Das wäre heavy. Achso, ich muss einen Strich machen. Wir haben eine dritte Uran-Rakete gezündet. Strich. Bist du, hat du nie eine Legie bekommen? Hm. Bist du, hat das? Bist du, hat das? Mhm. Äh. Äh, okay. Oh nein, jetzt gebe ich mich nicht. Das nervt immer so dermaßen. Irgendwann ist es weg. Das stimmt. Ressourcenmangel hat man wirklich nicht mehr. Das ist wahr. Das ist wohl wahr. Aber es ist grün. Und leuchtet. Das ist grün. Das ist grün. Das ist grün. Raufgeschwind. Das ist grün. Ihr ist eigentlich im Patent drauf. Ich erzähl's ihm bloß nicht. Bloß nicht erzählen, du. Mich nur ärger. So, vielleicht entsteht das Zeug ja hier irgendwie. Das sind die Ressorten wie immer. Klub, 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 klub. So, daheim. So, da muss ich auch noch das Meer selber bauen. Moin, Rikid. So, da muss ich auch noch das Meer sehen. So, hier herrscht ein gewisser Umgangston. Ja, und der ist ganz bestimmt nicht so. Ganz bestimmt nicht. Hm, Updates, um zu sehen, was aus den Chips rauskommt. Ja, ich habe hier auch schon ein paar Chips gesammelt, die ich jetzt nicht mehr einsetzen kann. Das ist sehr bitter. Äh, passt das rein? Das passt rein, ne? Ja, gut. Eisen und Alu noch wegbringen. Und dann können wir mal gucken, was wir jetzt bauen. Beziehungsweise wie es läuft. Wie läuft es denn? Ja, man geht immer noch nicht so super schnell hoch. Aber das liegt auch... Ah, warte mal. Wir haben noch... Ja, wir können nämlich immer noch nur T3, nicht T4. Wann kommt denn die T3-Heizung? Wir sind bei 70. Äh, die T4. Hä? Moment. Moment. Ach, die ist... Ah, die ist vom Sauerstoff abhängig. Äh... Ich muss rauskommen. Ach, die isst man. Ja, einfach so. Nom. Mahlzeit-Trick. Hast du nicht vorhin schon mal geschrieben? Also, am Anfang des Streams? Hast du dich nicht schon mal begrüßt heute? Dachte ich. Ja. Habe ich. Habe ich. Wusste ich doch. Das ist heute schon mal geschrieben. Mahlzeit-Reser. Moin Marokk. Hallöchen. So, das heißt, 63. Wir müssen Sauerstoff erhöhen. Ich meine, wir könnten mal noch ein paar... Äh... Eigengeneratoren bauen. Kann man machen. Können wir aber auch erstmal... Halt, ich wollte so ein Gas... Achso, nee. Kann ich ja nicht bauen. Eulid. Das ist doch schön. Mercy. Das machen bestimmt einige gerade. Hm. Helisano. Aus Sauerstoff-Raketen. Äh, ich... Also, wenn es welche gibt, kann ich sie noch nicht. Ich glaube schon. Ich dachte, ich hatte gesehen... Achso, nee. Es ist hier Baum-Samen. Das ist eine Saatstreu. Also, es kann schon sein, dass wenn... Wenn natürlich dann hier... Wenn man Raketen in den... Äh... Also, wenn man eine Saatstreu-Rakete in den Weltraum ballert... Die dann... Über Pflanzenwachstum sorgt... Dann wird vermutlich auch Sauerstoff schneller ansteigen. Geht mal davon aus. Vermutlich. Was arbeitest du? Ich arbeite bei einem Software-Entwickler. Und bin quasi... Dafür zuständig, dem... Dem Programmierer zu sagen... Was als nächstes gemacht... Werden soll und wie. Muss das testen. Was alles funktioniert. Updates planen. Kunden sprechen. Sowas. Hm. Achso, na dann WB-Trick. Wenn der Wassertür öffnet... Wird das Modul denn eigentlich geflutet? Das Modul ist geflutet. Nicht nur, wenn man... Nicht nur, wenn man die Tür öffnet... Sondern es ist geflutet, Rekit. Dauerhaft. Hm. Unhübsche, Praktische, sowie Meisterin des groben Unfugs. Wirtschaftsinformatikerin? Ne. Quasi so eine Art Chefin. Ob es Arbeit... Es ist anderen zu sagen, was sie arbeiten sollen. Hm. Hm. Nein, es ist halt... Du findest dafür nicht einen Begriff. Das geht halt nicht. Weil das normalerweise... Also in größeren Firmen gibt es für das ganz viele Einzelne. Die das machen. So. Man sorgt nochmal für mehr Sauerstoff. Alge. Alge. Sechs Legierungen, drei Magnesium, drei Wasserflaschen, sechs Legierungen, drei Magnesium, drei Wasserflaschen, sechs Legierungen. Du kannst dich direkt mal mitnehmen. Äh. Was sind hier eigentlich noch? Ach du schaust. Ähm. Sechs Legierungen. Drei Wasserflaschen, hab ich gesagt. Zwei, drei. Drei Magnesium. Äh. Äh. So. Jetzt müssen wir... Äh. Okay. Dünger haben wir zum Glück noch. Brauchen wir aber noch einen. Und ich brauche noch noch drei Biokunststoff. Sechs Pilze. Drei Silizium, drei Wasserflaschen. Zwei, drei. Höh. Sechs. Milizium. Drei. Erstmal. Bist du. Eins. Zwei. Drei. Gut. Und jetzt noch einmal Dünger. Dafür brauchen wir drei Algen. Einmal Schwefel, zwei Auberginen. Drei Algen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Einmal Schwefel. Ah, ne? Ah, so. Glaub ich. Ah. Gut. Wie viel Strom ziehen die? Siebze... Ne, 27. Das geht noch. Langsam wird's knapp. Langsam müssen wir mal ein bisschen. Glaub ich. Guck. 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 Bei uns nennt sie so eine Person. Mädchen für alles. Digital sozialer Dolmetscher. Product Owner. Dill vom Dienst. Moin Domi. Hallöchen. Demnächst kommt Dill auf die Blacklist. Der Samenstreuer. Oh, das müssen wir mal gucken. Jo. Deutlich mehr. Auch aber... Ne, warte mal. 350. 325. Ne, sehe ich nicht so. Der macht halt mehr Biomasse. Biomasse ist höher. Sauerstoff ist der Eigengeneral auch besser. Moin Dornvik. Floriere jetzt einfach jede Nachricht mit Dill. Sollte mein Leveler. Ja, ich glaub schon. 20% Kräuter. Biomasse steigt ordentlich. Das ist schon mal schick. Sauerstoff ist jetzt aber halt noch nicht so der Bringer. Und ich brauch halt gerade das. Es geht halt recht langsam. So ein T2-Biodom wär's halt noch, ne? Ein weiterer. 1450 ist natürlich... ...ein deutlicher Schwung. Ja, da müssen wir aber auf jeden Fall... Mh, machen sie erst mal noch hier. Kernreaktor. 3 Stäbe in den Legierungen, 3 Wasser, Schwarzpulver. Mal alles da. Gut, 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 gut. Wir waren heute noch gar nicht beim Spalten. Wir sagen ihm Spalten mal Hallo. Hey, Spalt. Na? Uh, das war aber knapp. Na? Schönen guten Morgen. Alles gut? Halt, halt, stolze Haltung. Den Samen streut den der Samenstreuer. Das musste ich mal noch gucken. Was der gerade hat bei mir. Aha. Wird so nix. Dann kommt der T-Rex. Äh, gar nicht. So. Jetzt haben wir natürlich ja eigentlich gar keinen Platz mehr für die Teile. Könnte auch... Oh, oh. Äh... Äh... Schonwiderlegierungen. Also so viel zu der Theorie, dass die beim... Wenn man am Wasser ist, nicht kommen. Wieso? Wie... Wieso? Warum? Wieso gibt es jetzt den Lift? Wieso? Aber Blumensame, eine Samenstreuer, ich weiß nicht, welche gebaut hat. Ja, hat's ja. Alter, Marock. Nein! Huh! Äh... Ja, war ich fast tot. Das war jetzt weniger geil. Und es ist nicht random. Ja, drum. Es sind wieder Legierungen. Auch wenn sie jetzt gerade irgendwie in den Boden gebackt ist. Aber es sind halt wieder Legierungen. Ja. Legierungen, die hier irgendwie in den Boden backt. Ja, Zufall. Ja, dass der Schauer random kommt. Ja. Ich hab gesagt, der Meteoritenschauer ist random, nicht der Inhalt. Ja, ja. Das? Ja, natürlich. Es ist auch, also, stand das zur Debatte? Habe ich die Diskussion darum verpasst? Die verschwinden nur in ein, zwei Minuten. Ah, verstehe. So, ich frage erst mal ganz kurz, was zu essen. Das heißt, die muss man tatsächlich, die müsste man tatsächlich schnell wegsammeln. Wenn man die jetzt unbedingt haben würde. Äh, ich hab aber gerade erst mal Hunger, vor allem. Gut. Erst mal das Problem gelöst. Und jetzt, äh, würde ich gerne... Ja, ne? Folgendes tun. Hm, halt. Auch mehr Eisen. Gut. Blau, grün, rot, gelb. Marock, was ist denn mit dir los? Jo. Achso, hatte ich auch die Frage geantwortet. iPhone kaputt machen können die nix. Und jetzt bin ich k наша Frau. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Hm. Jürgen ist Ikea gerade. Ich will es gar nicht... Wieso? Na, ganz zugleistern will ich es aber nicht mit Fundamenten, Joker. Also nicht, nicht, nicht komplett. Aber die Kraftwerke sind halt da oben, haben da oben halt einfach keinen Platz mehr. Da ist so der Punkt. Stromaus. Das ist so der Punkt. Ja. Ja, sehr schön. Sehr gut. So läuft's doch. Gut. Das Wort, das. Jetzt haben wir erstmal wieder Strom ein bisschen. Weiter bei 23%. Atomreaktoren, Landschaftsbegrünung in Planner Crafter. Da ist sie. Heizung T4. Die muss man definitiv stellen. Und die kommt dafür weg. Weil das ja albern. Im Verhältnis. Das ist ein Rangland. Nisch. Okay. Hm. Kernkraft ist da inzwischen Grün laut EU, oder nicht? Stimmt. Stimmt. Äh. Wie groß sind denn die? Die muss ich bestimmt draußen stellen, oder? Die passen da hier nicht rein. Aber laut Mars. Das hier ist nicht der Mars. Das ist... Äh. 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 Er ist annimmt. Sorry. Ich dachte, er hat... Nennen. Eine Bezeichnung hat er aber nicht. Nennen wir es Mars. Ähm... Wie... Warte. Ich brauch... Hier unten hatte ich jetzt alles weg, bis auf das Kobalt, ne? Ich muss dann echt mal überlegen, was ich hier mit dem schicken Platz dann mache. Weil die Heizungen ziehen ja dann hier auch aus. Kann man dann hier generell ein bisschen umräumen vielleicht. Wir müssen mal gucken. Na, kommst du her? So. Schwarzpulver. Besteht definitiv aus Schwefel. Aber was noch? Iridium. Also, wir brauchen... Wie viele stelle ich denn? Vier. Vier. Schön, vier. Also, brauche ich acht Schwefel, vier Iridium. Gehen wir kurz durch. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. Ähm... Schwefel. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Jetzt. Insgesamt zwölf Legierungen. Fünf. Ne? Äh... Und... Acht... Stäbe. Ah, haben wir exakt. Das ist doch schön. Halt. Ja, nee, doch. Ich nehme die mit und ich baue dann später die unten ab. Also danach. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist denn so ein Teil? Sehr groß. Alles klar. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich muss ja zugeben. Ich hab's ja... Äh... Geahnt. Die sind vermutlich so groß wie so ein Kernreaktor, ne? Ja, dann würden die sich doch damit ganz gut machen, oder? Würde ich sagen. Eisen haben wir halt nicht mehr so viel. Kann hier aber natürlich auch... Nee, dahinter stellen wir hässlich. Vor allem hab ich ja... Ja. 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 Das macht ja auch Wärme. Strahlung. Passt also. Das braucht so ein Teil. Oh, das braucht halt echt viel Platz. Hm. No, mehr Fundamente. Ja, ich überlege halt, ob ich die auf die andere Seite... Also hier rüber mache. Vermutlich, ne? Komm mal, kurz was zu essen. Hunger! Hunger! Nee, hab ich noch was zu... Achso, nee, Essen hab ich. Aber was zu trinken hab ich nicht anstrengend. Stromkabel nicht nötig? Nee. Das wär furchtbar. Zum Glück keine Stromkabel nötig. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. Ja, wurzt uns nicht mehr. Okay. Äh, gut. Oder so. Guck mal, vor vorne noch ein bisschen... Wobei, so viel hab ich eh nicht mehr an Platz. Ähm. Sind direkt in den Fundamenten und Wänden integriert. Und in den Geräten. Quasi. Ja, aber selbst wenn du random irgendwo was hinpflanzt, hat es ja Strom. Also da sind quasi... Ja. Was weiß ich. Ist halt WLAN-Strom. So. Liegt am Planeten. Der ist ja kind of magic. Das ist ja auch nicht. Die Luft überträgt den Strom. Wie viel Platz hab ich denn hier gelassen? Drei, ne? Und dann hab ich. Das ist ja gut. Hat Strom auch ohne Kabel versucht? Versucht. Oh, ich sehe hier. Guck. 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 Gehen schon so ein paar Pflänzchen rum jetzt. Also Gräser. Mal lieber so sagen. Äh. Hier, warte mal. Lass ich mal so machen. Das ist jetzt blöd, ne? Da ist Spannung in der Luft. Äh. Auch mal wieder Unkraut zücken gehen. Nicht der von Elon Musk. Das ist schön. Was? Ah. Oh. 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 Yep. So, da wir da von vier bauen, machen wir das hier ein bisschen anders. Setzen die hintereinander. Da zwei. Und auf die andere Seite, zwei. Ich krieg die Mitte nicht, ne? Ich sehe das nicht, wo das... ...andere Rohr ist. Och, ich sehe es, glaub. Aber ich glaub, das ist schräg, oder? Kann das sein, dass das nicht mittig geht? Mal abgesehen davon, dass es leicht in den... ...also in das Fundament backt? Schräg, das Ding. Es ist schräg. Also generell, das ganze Gebilde ist irgendwie schräg. Egal. Das passt schon so. Ich stehe im Weg, oder? Okay. Okay, von mir ist das schon in Ordnung so. Schobwolf, Hallöchen. Kann man so machen. Kann man, ne? Kann man so machen. Kann man so machen. Teil. Die Maschine per se. Das ist so ein bisschen... Ne, jetzt hier zum Beispiel irgendwie so ein gelbes Teil. Aber es geht. Es kann schon so stehen. Es ist in Ordnung. Hey, Simpy. Riech mich oder ist der Kompass oben in der Mitte ein wenig komisch? Wieso? Warum? Ach so, weil das hier... Ach so, deswegen, ne? Weil man das komplett hat. Also, weil du die ganze Zeit West, Nord, Ost, Süd hast, ne? Also, dass du einmal komplett siehst. Das ist vermutlich das, was ein bisschen... Ja, okay. Ja, verstehe ich. Hm. Ja, okay. 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 Ich weiß nicht, ob der jetzt auch nur ansatzweise gerade steht. Oh, steht er. Hm, nicht schlecht. Hm, okay. Cool. Cool, 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 cool. Cool. Da dampft es ganz schön, ne? Sehr schön. Das haben wir übrigens gemacht. So. Na, wenn ich das mal nicht hochtickert, dann weiß ich auch nicht. Fein, 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 fein. Was sagt der Strom? Geht noch? Ja, die Heizung wollte ich wegräumen. Die alten. Ist ja Quatsch. Hey, kann eine Heizung nicht leer sein? Nee, nicht das Wohnabteil. Ah, jetzt. Stören sie? Die Heizung? Nö, aber das lohnt halt null. Aber schadet auch nicht. Naja, es frisst halt Strom unnötig. Also ich meine, vier solcher Heizungen fressen halt auch Saft. Den kann ich mir halt sparen. Weißt du? Da kann ich lieber, da könnte ich lieber noch eine T4 bauen, die deutlich mehr bringt. Also es ist ja auch ein bisschen... Weißt du wie? Orangensaft? Muss ja nicht sein. Die sind halt einfach nicht effizient. Ja. Gut, Wärme steigt. Schon mal sehr schön. 7,50 ppm. Moin Lasse. Hesengoku. Ich kann den Gasbohrer nicht bauen. André habe ich begrüßt, ne? Hoffe. Hoffe. Ist noch ein Stückchen entfernt. Aber hallo. Das ist noch richtig weit entfernt. Das ist krass. Oh wait, warte mal. Weißt du, wo ich noch gar nicht geguckt habe? Ob es da noch was gibt? Hier. 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 Das ist da wohl auch noch ein bisschen. Achso. Wait, wir können die Biomasse-Rakete bauen? Habe ich hier übersehen? Hier habe ich übersehen, oder? Mist. Eignet das dein Kacke? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wir werden sehen. Oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Ist ja. Oh. Bara. Bara. Yay. Wooo. Kipp, 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 kipp. Hör auf zu. Ach, kommst du hier. Komm, komm. Bleibst du jetzt? Okay, das ist super mies. Wir stellen fest, das ist gemein. Wenn es wegrollt, ist das nicht okay. Bitte, ich mach das schon wieder. Es rollt. Es ist weggerollt, gänzlich. Hab ich's? Hab's. Ist keins, doch, da. Er rollt noch eins. Hab ich's? Was zur Hölle war das? Das war ein super Legierungs-Meteoritenschauer. Und diesmal bin ich direkt raus, weil die sehr schnell wieder verschwinden dann. Also die bleiben halt nicht wie Eridium-Uran und so einfach ewig liegen. Sondern die verschwinden dann recht schnell. Brauchst ein riesiges Fangnetz, ne? Nein. Warte. Oh. Okay. Das seh ich ein. Hatte ich noch nie... Hatte ich jetzt witzigerweise gerade... Also die letzten drei Meteoritenschauer waren immer super Legierungs-Schau. Ich werd' mich da nicht beklagen. Weil wir grad ziemlich viel in Heizung gesteckt haben, von dem her... Gut wieder gefüllt. Das ist schon in Ordnung. So. Silium. Ich muss mal ne Pause machen, ne? Titan. Oh. Dün, 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 dün. Dreamer-Bonus. Äh... Bei Uran und Euridium sind in jedem Meteorit fünf drin. So. Wir machen dann kurz Pause. Paar Minuten. Schicke ich in den Pause-Screen. Steht mal auf. Streckt euch. Geht für kleine Flauschrauben. Und dann bis gleich. So. Wieder da. Ah. So. Was wollt' man machen? Weiß es noch? Ich fand... Wiss man auch gar nicht, oder? Ich wollte ja eigentlich... Hatte ich noch überlegt, einen zweiten Bio-Dum zu bauen, wegen Sauerstoff. Aber dafür müsste das Ding weg. Hm. Hey, Uriel. Danke für die BBs. Hm. Nee. So, wie war's noch im Grün? Ja, ne? Ist hübsch, oder? So, warte mal. Im Saatgutstreuer. Wir können ja mal ganz kurz in den Saatgutstreuer gucken. Ist... Also im Blumen-Saatgutstreuer ist momentan... Nee, ein Tusker-Samen. Warum ballern wir eigentlich nicht? Der macht 78 PPQ pro Sekunde. Der macht viel mehr. Das sollten wir umsetzen, oder? Warte mal. So. Das dauert jetzt zwar wieder. Genau. Der macht nämlich viel mehr. Das ist doch viel besser. So. Ah. Kindergeburtstag. Mann, wie ich mich freue. Oh, ganz viel Spaß wünsche ich, Andi. Bis die Tage. Ah. Moin, Groundor. Wie ich in den Highlights eben sah, spielst du tatsächlich fast ausschließlich Spiele, welche Wiggles ähnlich sind und die Musik von die Gilde 2 haben. Ja. Natürlich, Groundor. Wie bei Redbeard. Hm, Flammkuchen. Stimmt, Bio-Rakete. Wollte ich gucken, was die braucht, ne? Ja. Da wollte ich nachschauen, was die eigentlich braucht. Ein Osmium-Schauer. Oh. Nice. WZ. Gehen wir mal gucken, was die Bio-Rakete braucht. Und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich ein, dass ich irgendwo ein Gebiet übersehen habe, weil mir fehlt eine Ressource. Das ist jetzt, warte, passt mal auf. Ernst gemeinte Frage an den Chat. Habe ich ein Gebiet noch nicht gesehen? Habe ich irgendein Gebiet übersehen? Nein. Okay. Ja. Nö. Ach, das ist ja schön. Mensch. Das ist ja toll, dass ihr euch alle so einig seid. Hier fehlt, glaube ich, ein Gebiet. Okay. Abwarten, Tee trinken. Okay. Kommt. Ja. Okay. Na gut. Ich, also, ne? Ich, eigentlich wollte ich nur ja oder nein. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Aber, gut. Reicht dann auch. Oh, okay. Warte, das muss ich mir aufschreiben, weil das merke ich mir nicht. Mit der sich das Moos ausbreitet durch die Verteilung von Raketen, Bakterien, Weltalltag, Planeten weiter, Bonus aktiviert. Ich meine, Moos haben wir ja eigentlich schon. Okay. Also. Biomasse-Rakete. Und Biomasse-Rakete. Die braucht ein Triebwerk, ist klar. Zwei Legierungen, ist klar. Dünger. Äh. Lirma-Samen-Baum-Rinde. Lirma-Samen-Baum-Rinde. Okay. Okay. Lirma-Samen-Baum-Rinde. Ich weiß, wer drum. Lirma-Samen-Baum-Rinde. Na, nee, Joker. Ich müsste eigentlich nur, also ein so ein Satellit reicht der, glaube ich. Aber ich müsste halt mehr solche Stationen bauen. Also diese Monitore an unterschiedlichen Stellen. Hipponikai. Das geht mir gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe ebenso. Ich hoffe, ich habe hier eine sehr freie Fläche und kann hier dann die Ressourcen viel leichter einsammeln, als ich das an meiner Base kann. Hier sieht man jetzt schön, wie hier überall noch Uran von der letzten Uran-Rakete rumliegt. Und deswegen ist die so weit weg. Hm. 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 Macht das, Muckel, viel Spaß. Kopf des Navigators sagt links, rechts, rechts geradeaus. Hey, Akalana. Meteoritenschauer, wenn eine Rakete gestartet wird. Ähm. Ja. Also dann in jedem Fall. Ansonsten gibt es auch so Random-Schauer, die wir ja jetzt immer mal hatten. Ähm. Die bringen halt einfach Nachschub. Aber es gibt, äh, also bei, bei der, äh, also es gibt eine Rakete, die, äh, erhöht die Wärme und bringt halt, äh, bringt Uran mit. Naja, da kommen Uran-Meteoriten runter und es gibt eine andere, äh, Rakete, die erhöht den Luftdruck und da kommt, ähm, also es gibt einen Multiplikator auf Luftdruck und da kommt Iridium runter. Inventar voll, alles klar. Hm. Ach, ich muss ja da lang. In falsche Richtung. Ich möchte nicht wissen, wie verstrahlt etwas sein muss, damit es so leuchtet. Hm. 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 Biolumineszenz. Ob es dann geholzregnet, wenn die Blume und Rinde hochschicken? Nee, aber das Moos verteilt sich schneller. Laut, laut Tooltipp, laut Beschreibung der Rakete. The Nightwolf, danke für den Follow. Hm, hm, hm. Das machen so Pilze, oder? Biolumineszenz haben nicht nur Pflanzen. haben auch Tiere. Glühwürmchen, ja, ist ein naheliegendes Beispiel, aber gibt's noch mehr. Ganz viele im Wasser. Lebende Geschöpfe. Biolumineszieren. Fischstäbchen. Fischstäbchen zum Beispiel. Fischstäbchen zum Beispiel. Hm, hm, hm. Gut. Pilze sind keine Pflanzen, aber ja, Fische und ja, ja, Pilze sind keine Pflanzen. Ja, Pilze sind Pilze. Entschuldigung. Fische und Glöwe haben wir nicht ganz vergessen. Stimmt, ja. Ja, ja, Chat ist ja gut, Chat. Ja, ihr habt recht, Chat. Was ist denn jetzt schon wieder? Halt, es passiert schon wieder was. Kommt schon wieder was? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben. Wir brauchen Dünger. Dünger war aus Wasser auf jeden Fall. Boah. Algen oder Pilze. Ich glaube Algen. Drei Algen, ne? Drei Algen, Schwefel. Ach nee, kein Wasser. Drei Algen, einmal Schwefel, zwei Auberginen. Drei Algen, einmal Schwefel. Schwefel. Zwei Aubergine, zwei Aubergine, eins, zwei, drei, vier. Zwei. Ich glaube, Dünger liegt nicht mehr rum, ne? Genau, haben wir nämlich leer gemacht. Okay. Das war das. Das Wasser können wir wieder wegtun. Das brauche ich nicht. Ähm, die Samenbaumrinde. Baumrinde. Bei Baumrinden, die komischen Samen. So, und jetzt, äh, die Legierung. Und die Rakete, und ich glaube, die braucht auch, braucht die auch ne Legierung? Warte mal. Ja, ich glaube, das war das. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ich hab gerade Büb gemacht, aber ich weiß nicht wieso. Hydration? Deswegen? So. 120,35 Gramm pro Sekunde. Vielleicht mach ich mir jetzt eine Pilzsuppe. In meinem Kopf singt Bodo, warte jetzt. Ja, Chat. Ja, du hast ja recht. Ja, Chat. Nein, ich weiß, das war schlecht. Ja, Chat. Nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Chat, es tut mir schrecklich leid. Schön. Viel Spaß, iPhone. Wie textsicher sie ist. Ja, das habe ich echt oft gehört. Bodo Wartke habe ich sehr, sehr viel sehr oft gehört. Äh. 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 Äh, Danaris. Musst du dir anhören. Wirklich. Also, hör dir bitte das Original an. Da geht's natürlich nicht, ja, Chat. Ja. Es ist halt, es ist... Wie nennt man das? Ähm... Comedian ist es nicht wie wie, äh... Aber wie ist denn der Begriff? Ich komm nicht auf den Begriff Hilft mir Ja, musikalisches Kabarett Genau, ist ein Kabarettist Ja, das Das trifft es, danke Komme ich nicht drauf Kabarettist ist korrekt Er ist super Er ist grandios Wenn du keinen Streit mit dem Chat magst Warum hast du dann eine Axt Und da ist ein Wald Wenn es eher kein Wald, oder? Naja, was soll's Pack ich halt Holz Nein, ich will mir das Kräuterlied nicht einhören Da geht's bestimmt um Dill Bei der Textlichkeit Wie oft singt das Sando so am Tag? Nein, ich hab mir das nicht angehört Ich hab's gesehen Aber ich dachte mir dann Nee, da kommt bestimmt Wer, da kommt Kommt da kein Dill drin vor? Na, dann hör ich's mir vielleicht an Hatte Angst, es geht um Dill So, Biomasse-Rakete Eins Oh, guck mal Wie cute die aussieht Kann man fliegen? Immer noch nicht probiert Oh, guck mal Wie hier jetzt grünes Zeug rumfliegt Hey Frechtax Das geht ja auch Liebestücke Hab Gott zum Verwechseln Irgendwas, ein größeres M haben Bin ich verwundert, dass es noch kein Benutzer Definites Liebeslied zu Raum Klingelt Wie wundervoll grün es jetzt ist Guck doch Grün Grün Es rumflattert Grünes Zeug Es regnet keine Kacke Nein Grün eher giftig und gefährlich aussieht Nein Das ist gut Zünd mal direkt die nächste Komm Biomasse-Rakete Nummer zwei Strich Ich weiß nicht, ob ich das testen will Nee Man kann nicht Man fällt durch Man kann nicht mit Oh Oh Entschuldigung Entschuldige Ähm Ich Also Äh Ich Bleibt ihr jetzt da? Nee, nee Wir hatten sowas schon mal Sowas ähnliches Spielstand laden? Nee, ist nicht notwendig Das funktioniert trotzdem Bei unserer allerersten Rakete hat das auch nicht so funktioniert Aber die funktioniert trotzdem Zum Glück Boah, wie sich jetzt hier alles verteilt, ne? Hier überall Okay Geil, 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 geil Neues Elon Musk Elon Musk, wer stolz auf dich Danke So Danke Es fühlt sich gut an Oh, Waffeln Oh, Terri hat Waffeln Nehmen wir das ganze Iridium mit Den können wir, oder? Den können wir jetzt auch mitnehmen Gerade mal Platz haben Wie denn Hier Ich glaube massage Ja , hier Wo Ganz kurz. Okay. Besser. Definitiv besser. Oh, 66% Kräuter. Nice. Habe ich richtig gerechnet. Sehr gut, Fedron. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich richtig gerechnet. Hm. Ich bin nicht traurig. Oh Mann, Joker. So, warte. Zeug weg tun? Hm. Was ist das hier überhaupt noch rein? Nein. Doch. Gerade so. Gut. Hm. Gehe ich nicht ganz, weil wenn ich eine Raketen was dafür baut, multipliziert sich das nämlich nochmal bei mir. Nach den Raketen was dafür... Ja, mach das ja. Es ist doch... Es ist ein tausendprozentiger Multiplikator auf deinen Grundwert. Pro Rakete. Also natürlich, immer wenn du was baust, kriegt das ja auch den Multiplikator. Verstehst du? So, warte. Wir werden mal... Wir werden mal die Schlechteren da rüber packen und die Schlechteren... Das ist nämlich ein bisschen... Hier sind die 300er und 400er und die passen hier nicht rein. Das ist ja so. Dann stopfen wir die vielleicht einfach mit in die andere Kiste. Das geht. Okay. Ähm... Grundwert mal Anzahl Rakete mal Bonusrakete zum... Genau. 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 Nein. Hm. Hm. Äusen. Gut. Wir haben zwei Biomasse-Raketen gestalten. Was machen wir denn jetzt? Alter. Gucken. Wie sieht's denn jetzt? Sauerstoff steigt halt immer noch super langsam. Die anderen Werte gehen jetzt, oder? Nummer 24... 5... Jumma, es ist halt immer noch relativ langsam. Deswegen wollte ich einen zweiten Biodom bauen, ne? Ach nee, der macht Sauerstoff hauptsächlich. Davon nicht wenig. Ich bin irgendwas noch nicht gebaut. Ähm... Okay, naja, außer das Ding. Und Blumenstreuer. 125. Macht ja aber dann... Die drei Samenstreuer fehlt noch. Nö. Ich hab das, das und das. Oder? Nee. Ich glaub, den hier hab ich nicht mehr. Oder? Hab ich den und hab den nicht? Kann man sagen, ich hab den und hab den nicht, ne? Warte mal. Ja. Guck mal, der hat nämlich nur zwei. Das ist ein Saatgutstreuer. Den Blumenstreuer haben wir noch nicht. Na dann. Na dann. Dann bauen wir den mal ein, wa? So, dazu brauchen wir zwei Dünger, zwei Legierungen, zwei Wasser. Dünger besteht definitiv zu einem Großteil aus Algen. Andere hab ich schon wieder vergessen. Ich glaub, Auberginen und noch irgendwas. Ach, Schwefel. Äh. Okay. Zwei Schwefel. Okay. Und noch zwei Legierungen. Okay. 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 Oh. Okay. 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 All right. Okay. Okay. Ah. Mm-hmm. Ja gut. Das Ding macht gut, Sauerstoff. Guck dir das mal an. 1,95 PPT pro Sekunde und 33,5 Biomasse. Wie das vielleicht mal besser ist als der Biodoom? 2,95 PPT pro Sekunde und 33,5 Biomasse. Hm. Das hier produziert halt Rinde. Die wir ja dann vermutlich irgendwann brauchen, gehe ich mal stark von aus. Also, die wir definitiv brauchen. Von dem her ist das schon okay. Ich habe drei goldene Kisten, aber ich glaube nur zwei Samen. Ach nee, hier steckt noch einer. Ach, einen könnten wir also noch machen. Einen könnten wir definitiv noch machen. Sollten wir auch, ne? Jo. Definitiv. Machen wir noch einen. Dann brauche ich nochmal Schwefel. Dann wird Schwefel knapp. Ich muss nochmal Schwefel holen. Drei Auberginen. Drei Algen. So. Okay. Äh. Ach verdammt, ich brauche ja noch einen. Okay. 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 Gut. Nimm mit die Pflanze hier raus. Packen da eine andere rein. Tadadadadadada. So, da haben wir dort, dort. Und dann machen wir... Wollen wir mal noch? Äh. So. Blöd. Coolsack. Sehr gut. Cool. Dann haben wir noch so einen. Sehr gut. Okay. Hey, Mori. Hey, Mori. Hey, Mori. Das ist schon geil. Gut. 81% Kräuter. 3,7 Tonnen Biomasse. Es wird... 3,35 Tonnen. 3,35 Tonnen. Kannst du nicht dauern. So, außer wir starten noch ein paar Biomasse-Raketen. Mhm. Kannst du hier zwei Erzextrakte... Eeeeh... 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 Ja... Keine Ahnung. Pulsarquart. Ich will's nicht wissen. Wir so aufpassen, ne? Vielleicht kommt das ja in Meteoriten runter. Ich weiß es nicht. Bei Herstellen wüsste ich nicht, wo. Hier nicht. Gar nicht. Oder normalerweise so Sachen eventuell. Wir werden sehen. Wenn's ein Bauplan ist... Ja, müsste man es bauen können. Ist mir schon... Müsste man. Ah... Warte, 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 warte. Vielleicht ja im... Biolabor. Ah... Da ist er. Toll. Das ist aber schön für Zeolit. Okay. Stufe 2, Dünger. Gut. Wann kommt denn... Kommt er denn? Da. 3,64. Das ist doch nicht mehr viel. Wird wirklich nicht mehr viel, ne? Nice. Dort sind dauert's halt auch noch gefühlt 5 Milliarden Jahre, oder? Blumentopf. Nee, 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 nee. Hm, hm. Hm, hm. Ba da da da. Hm. Hm, hm. Stimmt, ja, wir wollten den Schwefel holen, ne? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Definitiv... Oh. Falsche Richtung. Äh, falsche Richtung. Warte. Äh, fast. Noch nicht ganz. Jetzt sind wir richtig. Legen wir das Eisen ab. Also langsam wird es hier doch auch wieder mit Eisen. Sehr schön, legen wir mal Wasser ab und holen mal Schwefel. Gehen wir eigentlich da oben drüber schneller durch? Ich glaube nicht. Hey, Tom London. Das mit dem Spalt ist echt so eine Sache, ne? Schwefel. Da hier vorne lag, glaube ich... Da kenne ich mal noch irgendwo eine, die ich nicht mitgenommen habe. Ach nee, hier hinten. Da hier unten geht. Da hier vorne geht. Da hier vorne hoch. Ich glaube nicht, ich bin wohl fertig. Ich glaube nicht, ich bin jetzt hiervend. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Das mit dem Spalt ist zu spät. Ich bin zu spät. Wow. Da ist ja richtig der krasse Schütt. Meine Fresse. Du kannst ja Schwefel mit einem Miner abbauen. Sach bloß. Wichtig bei mir bitte, also generell, merkt euch das einfach, egal wo ihr seid, also egal in welchem Chat ihr seid, fragt bitte immer nach, ob jemand Tipps haben will, also Hinweise oder so, bevor ihr irgendwas schreibt. So. Ja. Denn es hätte sein können, ich will es gar nicht wissen. Ja. Ja. Ach, nehmen wir das mal mit, wenn wir mal hier sind. Achso, das ist hier, achso. Was sind das? Das ist eine Wurzel, oder? Was ist das? Ich will ein Snickers. Oh, ein Snickers. Das ist, äh, der, der eine Planet. Komm, Raziel. Ein Planet. Ohne uns wärst du doch verloren. Ja. Na, was denn? Google, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 35 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Aber das fällt mir gleich ein. Moment. Du darfst die Kokon-Eis-Diele besuchen. Gönnir. Okay. Das wächst hier also an so Ranken. Wurzeln. Wie auch immer. Gedingens. Das schließt meist auf Fragen wie Hast du schon XY gesehen, entdeckt, gesprochen, besiegt mit ein? Ja. Ja. Exakt. Hässliche Nebel hier. Macht mich das... Das Rumgeschwefle. Scheiß Schwefelgas. Macht den ja fertig. Was soll man denn da hier Schwefel sehen? Ah. Kleiner Klumpen. Stell dir mal vor, wie das riecht. Ja. Ja. Das, äh. Aha. Regie. Aha. Schäfe. Schäfe. Hm, hm, hm. Oh. Oh. Stufe 2, Dunger. Das ist aber nett. Danke. Hm. Meins. Okay. Moment, aufhol. Hm. 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 Kleiner Klumpen. Hallo Spalt. Ne, Quatsch. Hier ist ja Spalt gar nicht. Spalt ist da vorne. Diesen coolen Boss. Diese Kreuzung aus Kugelfisch und Andromeda-Galaxie. Ein Planet Crafter gefunden und besiegt. Hey Spalt. Ach ja. Nice. Ähm. Ich rede immer noch eine Legierung. Strom geht, ne? Jo. Geht. Ein Iridiumstäbchen. Schwefel, tun wir weg. Sehr schön. Dürr. Kommt hier rein. Uran. Hier hin. Aduminium. Ja. 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 Und jetzt brauche ich noch eine Legierung. Äh. gar nicht so groß geht. Und ich frage, wohin? Gas. Ein Gas-Extractor. Wird mir mit so den fetten Boron-Stellen rein theoretisch. Wie viel vom Turm wurde eigentlich geflutet? Ich glaube, zwei. Nö. Zwei unteren Abteile. Wieso? Ja. Knuffig. Ja. Fast winzig. Und sich das überhaupt hier vorne mit so den Großen zu stellen. Oh. Hallo. Okay, das blöd. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Blub, 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 blub. Ich sollte noch ein Wasser mitnehmen. Ja. Da, 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 da. Können auch noch kurz einen Snack essen. Warte. Nice. Oh. Kräuter sind gleich vollständig. Ah, das warten wir jetzt mal noch ab. Ich will nämlich wissen, was als nächstes kommt. Hm. Preise den Spalt. Du hast gegoogelt, was Zeolit eigentlich ist und wozu das Zeug in der Leiter verwendet wird. Unter anderem wird es unter Wasser enthält, wenn es Trockenmittel in Geschirrspülmaschinen verwendet. Groconianische Spülmaschinen-Imperium steht also nichts mehr im Weg. Yay. Bäume. DNA-Manipulator. Errungenschaft is growing. Manipuliert DNS, um neue Gene zu erschaffen. 117,5 Energie. Können wir, wenn es sonst nichts ist. Geht's ja, wa? Äh, ich hab das dringende Bedürfnis, etwas zu tun. Warte. Ohra, da oben verschwinden jetzt. Die eine Windkraftanlage, nee, 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 die hat einen anderen... Die hat eine andere Bewandtnis. Joker. 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 Okay, der letzte Pastelmann ist in meinem Tau. Hm. 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 Okay. Alu-Schränke sind voll. Das sollte uns jetzt aber ein bisschen Energie zurückgegeben haben. Jo. Äh, die ziehen unnötig Strom. Hm, hm, hm. Steep-Quoten-Windkraftanlage. Ah. So. Ähm. Wir könnten noch ein paar Sonnenkollektoren aufstellen, aber die sind halt... Also, energie-technisch... I mean, ne? 18 Sonnenkollektoren machen so ein knappes Drittel von drei Kernreaktoren. Aber, Aluminium ist voll, also würde ich gerne Aluminium verpulvern. Wir bauen also ein paar, um das Alu loszuwerden. Ähm. Ist der Traube gegen Kernenergie? Ich habe gar nichts gegen Kernenergie. Was? Diesen Sie zum Kobalt-Kobalt. Hm. Äh. Zweiko-Balt, ne? Äh. Mir passt das Männchen-Simentar. Ja. Ja. Wir kommen nicht hoch. Äh. Ich... Brauch... Da oben den Ausgang. Was ist denn? Titan, Silizium... Jetzt habe ich daran weggetan. Ähm. 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 Naja, knapp. Das ist schon okay. Ne, es glitscht im Haus. Das ist nicht okay. Okay, ähm. Mist. Ah, das muss man doch anders machen. Äh. Oh, es ist nicht im Haus. Dann stellen wir sie, warte, dann stellen wir sie da hin. Ja. Ja. Mein Haus ist blöd. Das ist doof. Und. Hier ist... Gut. Das ist okay. Oder anders. Ein Kernreaktor entspricht 18 Solarkollektoren T2. Ja. Super zu super machen. Jetzt verschandelt sie wieder die Landschaft mit diesen Solardingern. Schatten nach. Stehen sie verkehrt rum? Äh. Äh. Ist kein Verkehr drum. Äh, noch schlimmer. Ist es gar nicht so. Gut. Ist es das gar nicht weißt? Das ist besser von der Seite. Das ist besser von der Seite. Gut. Fein. Ein bisschen Alu beseitigt. Ähm. Und dann haben wir wieder ein bisschen Energie. Und jetzt würde ich das Ding gern bauen. Schwarzpulver, Legierung, Kunststoff. Ratsch runter. Äh. Schwarzpulver. Steht glaube ich aus. Schwarzpulver. Zwei. Ach, genau andersrum. Mist. 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 Okay, was noch? Äh. So ein Klumpen und eine Superlegierung. Superlegierung. Klumpen. Haben wir überhaupt noch Klumpen? Ich glaube, Klumpen haben wir nicht mehr, ne? Erstmal kurz das Schwarzpulver. Suche, Magic. Hm. Das ist jetzt Lithium. Schweipilze. Lithium. Oh, so. Klumpen. Und jetzt brauche ich noch so ein Ding. Osmium, Urane, Radium. Äh. Blau. Was fehlt? Ach, Osmium. Okay. Gut. Du kommst runter. Gut. 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 Ah! Hm. Hm. Findest du eine wenig positive sowie negative Auswirkungen bei Solarkrilektoren oder Kernreaktoren gebaut? Müssten eigentlich zu krass sein. Ich weiß nicht. Hm. 18. Atlas. 18 zu 1. Hm. Wenn wir doch storytechnisch die Aufgabe im Planeten 12 ist, dann gibt es Haue. Gab es aber keine neue Meldung, ob wir die Erwartung erfüllen, oder? Nö. Nee. Okay, also ich kann, ich kann also irgendwie, ich kann Baumsamen machen. Das ist ja toll. Also, glaube ich. Äh. Da ist ja aber erst bei 79,5 GTI. Ein Baumsamenstreuer krieg. Ich meine, hier, und die Baumsamenverteiler, kriegt man auch, warte mal, das ist aber die T2. Wo ist denn Baumsamenverteiler T1? Moment. 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 Nee, das ist Rakete. Da. Das wäre der T1. Er kommt bei 65 Tonnen Biomasse. Ja gut, das ist aber, also das ist zumindest realistischer als der ganze andere Kack. Hm. Okay. I guess. Pilz, pilz, pilz. Aubergini, 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 Aubergini. Bohnen, Bohnen. 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 Aubergini. 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 Pilz. Und noch ein Pilz. Äh. Ein paar Biomasse-Raketen. Ja, ich überlege halt auch schon. Sinnvoll wäre es halt, ne? Ja. Sinnvoll wäre es in jedem Fall. Äh, für die brauche ich. Ah, weiß gar nicht, ob ich so viel Baumrinne... Na gut, doch, wir haben ein bisschen Baumrinne. Dünger. Könnte man schon mal machen. Mal noch zwei. Äh. Mist, ein Schwefel. Hm. Die Pilze weg tun. Hm. Hm. Ein Samen, zwei Legierungen und noch ein Triebwerk. Für das Triebwerk brauche ich definitiv noch eine Legierung. Ich brauche für das Triebwerk einen Iridiumstab. Und noch irgendwas. Ich brauche für das. Zwei. 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 Ich will ja zwei hochschießen. Warte mal. Los. Ich brauche also. Also, drei, vier. Off. Off. Gut. Ich brauche noch zwei Legierungen. Und die Samen noch. Samen. Bye, Redbeard. Okay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Halt. Komm, der ist noch eine Rakete dazu. Das ist für Post. Hey, Dinkelkeeks. Welches Wasser empfehlen Sie heute, Frau Raupe? Stilles. Warte. Stilles. Wann beginnen wir eine Dyson-Sphere zu bauen? Herrlich. Stilles Wasser. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir doch mit. Fuck. Schon wieder Legierung. Bitte töte mich nicht. Nicht töten. Danke. Nicht töten. Kann ich mehr aufhören, wegzurollen? Au. Nicht töten, habe ich gesagt. Mist. Nicht töten. Nicht töten. Ich habe nicht Alu dabei. Halt. Sitzt. ein bisschen einsammeln schon mal wieder so einen wunderschönen kleinen legierungs regen kriegen nehmen wir das natürlich ja er ist gerade verschwunden mir noch irgendwo irgendwie irgendwelche was ist die anderen seien schon weg wie ein hasenküttel ja ich bin aber das schöne ist dass man die halt dadurch erkennt man die halt super gut so sie hebt sich halt so als hasenküttel schon sehr gut von dem rest ab bin ich direkt verschwunden sagt auch gerade noch eine rum die ist auch verschwunden ja ich glaube das war's was ist das ausmium das ist ausmium okay das bleibt aber liegen oder das ist wie redium und uran da gehe ich nämlich mal kurz rein das ist mir nämlich sonst das läuft aber hier euch jetzt aber nicht das ist erst mal das was ich dann noch zum starten braucht was ist denn hier hängen geflogen ja gott sonst wo wir könnten natürlich auch warte mal wir können hier in denen das zeug für die raketen reinballern was ist mir und bleibt doch liegen oder das ist trümmertechnisch genauso wie akt das ist das bleibt liegen das können wir auch später noch das ist nicht so schlimm das starten jetzt erstmal die raketen das bleibt liegen das verschwindet nicht instant länger als super legierung äh wo ist denn da so biomasse rakete buff ja warte ja ja gut nur noch zwei striche denn wir starten gleich zwei zack es bleibt liegen es bleibt liegen rück den knall ähm ach hier saatstreu rakete sauerstoffmultiplikator saat streu rakete sauerstoff bakterien probe mutagen und baumrinde okay 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 so noch zwei uh tacker Sehr gut. Ich denke plötzlich, Loot kann man teilen. Was? Das ist für merkwürdige Aussagen. Loot. Teilen. Ist aber mal gut, ne? Guck ja, Schmähfilme ist runtergekommen. Guck ja, Schmähfilme ist runtergekommen. Guck ja, Schmähfilme ist runtergekommen. Wenn man nur den Zweiteilen kann, hat man doppelt so viel. Ah, so funktioniert das. Das finde ich gut. Oh, die müssen wir nicht liegen lassen. Da leuchtet noch was. Guck, wie hab ich das leuchtet. Hinten leuchtet noch was. So, ein Glätzchen hätte ich noch. Geht hier. Ja. Nice. Das ist gut. Ich möchte mich gegen die Begrasung einsetzen. Im Gras fällt der Loot nicht so sehr auf. Das stimmt. Äh. 164 Energie. Na da. Ja. Ach so, es passt ja gar nicht in. Hm. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hm. 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 Ich sehe einen weiteren Kernreaktor auf uns zukommen. Hm. 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 Legierung, was brauchen wir noch? Servisserflaschen und Schwarzpulver. Zwei, drei. Nehme mal eine vierte mit, für mich selber. Schwarzpulver, steht aus zwei Schwefel. Ein Iridium. Na, was nu? Ein bisschen Eisen. Sollte reichen. Ah. Ich brauche doch gleich drei, wegen Symmetrie. Mach doch weitere Windturbinen. Finko, vielen lieben Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön für 18 Monate im Kokon. Du darfst dir... Du darfst dein Handtuch in die automatische Wasch- und Trockneranlage bringen, damit das mal wieder sauber gemacht wird. Dankeschön. Ja... Die machen so herrliche Geräusche, wenn man neben ihnen steht. Das klingt so unfassbar gesund, eigentlich. Nein, ich habe keinen Platz. Nicht jetzt! Fuck! Wie soll ich denn jetzt das Kraft... ... ... ... ... ... ... Geht so da was Au Hey immer dann, wenn es total ungünstig ist, einfach das ist doch schon eine Krankheit, ist das doch das war ein Bug in meinem Spiel mal abgesehen davon, dass es halt tierisch oft kommt also ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich mag Loot, ja, aber meine Güte der Übel kein Schutzschild bauen? nö also zumindest ich kann es noch nicht falls es irgendwann geht kein Dunst, also ich habe jetzt auch keinen Bauplan dafür gesehen, aber das wäre auch schlecht weil du ja, also du willst das Zeug ja haben das ist ja das, du brauchst das Zeug ja zum bauen und wenn die Meteoriten nicht mehr kommen dann hast du halt weg so, die verschwinden schon langsam glaube ich ja gut kann ich den auch so erstmal eben weg für die Gebäude für die Gebäude wenigstens bisher machen die keinen Schaden an meinen Gebäuden könnte meinen, dass dies ein Spiel ist was versucht dich zu töten ich glaube es nicht ein Asteroidenschauer was ist denn da bei euch los? hey Snakedog Magneten und schieben ihn einfach woanders hin Sammeltrichterdach na irgendwie so Netze oder so, so, so keine Ahnung Magneten, die das anziehen weißt du die die Meteoriten anziehen und dann zerlegen statt dass die einfach random irgendwo hin prasseln ja wie gesagt, klingt für mich plausibel quantische Schwierigkeitsgrad Anpassung äh bin ich? jetzt? wie soll denn das heißen? so klar, Reaktor steht ähm noch ein bisschen so wo war ich denn das ist das egal wo man das Ding hin baut stimmt nicht, ne? so Eisen ist nicht egal alles Klärchen ich weiß wo ich dich hin haben will ich äh guff äh dann äh 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 So, dann mach's dir mal hier gemütlich. Mein süßer kleiner Erzreaktor. Äh, Quatsch, Erzabbau, Dings, T2. Nein, du weißt schon, was ich meine. Goal. Schmeckt? Ja, dann können wir eigentlich gleich mal hier ums Eck. Äh, äh, ja. Hallo. Und wo bin ich? Wo ist... Ah, da. Man seh's halt nicht. Hier lang. Tuh, 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 tuh. Nee. Ja. Was heißt denn, Eridium? Na, Mensch. Ich muss mich ja ein bisschen mehr um Eridium kümmern hier. Okay. Hm. Okay. Hatte ich nicht hier... Achso, nee, den hab ich näher gestellt, weil da... Stimmt, das Zeug muss ich ja auch mal da rausholen. Diese komischen Kartuschen. Ich sollte die da rausholen. Definitiv sollte ich da... Wo ist es? Wo ist es? Was ist es? ich nicht damit m Warte. Ich stoppe es erst mal mit hier rein. Habt ihr, es liegt nicht in meinem Inventar um. Ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir brauchen ja 2, wa? Ja. 9. Mein Hirn. So. Können wir noch einen bauen. Und den... Weiß ich schon, wo ich den hinsetze. Können wir da mal... Können wir... Können wir... Betrunken. Hallo Spalt. Hiwiuwiblish. Bezahlt. Oh, guck mal. Noch ein Wort. Äh... Ich weiß, was Falsches gesagt. Nee, nee. Sneaklock. Nein, hast du nicht. Danke. Danke. Alles gut. Was bekommen die dafür? Weitere Quadratzentimeter in der Kummizelle? Ah. Wie sieht denn aus hier? 11,31% Bäume. Ich weiß, was ich nicht mehr... 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 So, aber vorher mache ich noch eine kurze Pause. Mal für kleine Flauschrauben. Auch wenn gefühlt die letzte Pause gar nicht so lang her ist, aber es ist, glaube ich, schon wieder... Naja. Da war natürlich die Pause. Jetzt ist es schon wieder zwei Stunden her. Oh. Glaube. Wir machen also noch mal eine kurze Pause. Ein paar Minuten. Ich schicke euch in den Pause-Screen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann stellen wir den... Achso, warte. Was ich noch nachgucken wollte, bevor ich dann einfach losrenne. 164, ich weiß nicht, dass es nicht reicht. Ja doch, reicht. Alles gut. Alles gut. Pause. Bis gleich. Wieder da. Fliege. Was ist denn? Fliege. So. Ich soll was trinken und ich wollte den zweiten Erzreaktor bauen, ne? Also, Erzdings, T2. Gerät. Der Gerät. Danke für die WBs. Ähm. Da nehmen wir mal lieber was mit. Ich sollte auch noch was zu essen mitnehmen. Mal kurz hoch. Mal gucken mal hier. Genau. Hier ist eigentlich immer noch was drin, weil ich das nie nehme. und den... Warte, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ähm. Ja. Ich weiß wieder, wo es ist. Pausen sind immer nice. Ja, es freut mich, wenn ihr da unterhalten seid. Das ist, äh... Das ist immer das Schöne. Deswegen kann ich dann immer ganz entspannt Pause machen. Das Gerät wird nie müde. Der Gerät schwitzt nicht. Ja. So ist es. Oh, warte. Das nehmen wir mal mit. Da haben wir noch nicht so viel. Jetzt werden wir das sehen. Nehmen wir das mal lieber mit. Wir finden es nicht hier Wasser. Da war. Da war. Hmm. 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 So. Mal gucken. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ah. Fantastisch. Guck. Hübschi. Wie schön. Boah. Ey, wir waren heute noch hier. Da war das hier noch nicht so grün. Geil. Voll gut. Gut. Schnittkäse für heute hat sich verflüchtigt. Verflüchtigt. Nice. Wie hübsch. Das ist leergeräumt, ne? Ja. Wie ich sehe, lohnt es sich ein neues Spiel zu beginnen? Wieso? Polarkappen haben soll diese schmelzende Meeresspiegel steigt? Hä? Nee. Der hat keinen. Nee, hat er nicht. Polarkappen hat er nicht. Wir haben Wasser hier hergebracht. Hier gab es kein Wasser. Hallo. Schönen guten Tag. Der Planet hatte vor uns kein Wasser. Hm. Aber der hatte Eis. Also ein bisschen. Stimmt. Ein bisschen Eis hatte er. Ein klein wenig. Beim alten Spielstand ist da noch alles Wüste. Na was nu? Hä? Wo ist das? Das hier? Ähm. Da ist das große Frack. Weißt du, wo das große Frack ist? Also da hinten ist meine Base. Da ist die Superlegierung-Höhle. Und da ist... Also das ist halt hier. Hübsch, ne? Wollt schön hier aus. Weiter bin von den freischaltbaren Sachen. Liegt es vielleicht an den Raketen? Weißt du, wie viele Raketen, Biomasse-Raketen du gestartet hast? Kallimtor. Vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 36 Monate im Kokon. Du bekommst ein wunderschönes grünes Raupen, liebe Herzkissen, zum Kuscheln im Kokon. Ich suche nur zu verschleiern, als ich Schräfling wurde, weil ich in diesem Planeten vorher Luftdruck, Atmosphäre, Wasser weggelootet hatte. Zwei oder drei? Also ich habe Biomasse vier gezündet. Das liegt einfach an dem alten Spielstand. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Bei der Biomasse-Rakete steht ja da, dass jedes Moos schneller, also mehr verteilt. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass es am Spielstand liegt, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Die Superlegierung-Höhle. Das ist die da. Die da. Da vorne an der Ecke ist die Iridium-Höhle. Da. Da ist das große Frack. Große Raumschiff-Frack. Und hier, hier so, so sieht die von außen aus, da ist Superlegierung drin gewesen. Also sie lag da rum. Und die kann man da halt jetzt auch abbauen. Das war auch meine Vermutung, deswegen habe ich hier jetzt den, ähm, den zweiten T2-Bohrer hingesetzt. Ne? Weil... Das Ding macht halt jetzt Superlegierung. Alter, da war nichts anderes in der Höhle außer Legierung. Nur das. Hm. Wasserfilter. Hm. Den werden wir uns auf jeden Fall bauen. Äh. Habe ich das bisher übersehen? Uran habe ich auch noch nicht. Will ich aber auch nicht wissen, falls es tatsächlich eine Höhle gibt. Will ich nicht wissen. Also wenn das jemand weiß, dass es eine gibt irgendwo, dann bitte, also per Flusternachricht an irgendjemanden. Ich will es nicht wissen. Scheinbar ja. Kann sein. Ist leicht zu übersehen. Shit. Okay. Irgendwie drin ist hier ja auch nicht. wieder E-Class. Ja, 3037. Das ist drei Jahre nach seinem, dem anderen Ding, was wir gefunden haben. Unser Schiff ist aus unbekannten Gründen auf diesem Planeten abgestürzt. Viele von uns sind beim Aufprall gestorben. Einige von uns starben an der Oberfläche. Ich bin der einzige, der noch übrig ist. Ich habe versucht zu überleben, aber dieses Land ist zu feindselig. Meine Gesundheit verschlechtert sich. Ich gehe ein letztes Mal nach draußen, um zu versuchen, Wasser zu finden. Ja. Okay. Okay. Krass. Habe ich echt übersehen, ne? Danke, Shit. Bam, bam. Die mit dem, genau, die mit dem komischen Tor. Ja, ganz genau. Snake Dog. Gott, ist das geil, ey. Meine Fresse. Bitte. So grün. Das ist so hübsch. Freue ich mich ein bisschen. Zumindest halte ich das für ein Tor. Ja, ich halte das auch für ein Tor, aber ich weiß es nicht so recht. So. Dann machen wir jetzt eine neue, wie heißt das Zeug? Zeolith. Methan drin. Stoff ist hier. Regierungen kommen hier drüben rein. Alu. Mist. Ich darf kein Alu mehr einsammeln. Biokunststoff hatte ich noch gar keine Kiste, ne? Ich meine, ja, lohnenswert ist es auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Das ist wie bei Dünger, ja. Es ist eigentlich totaler Schwachsinn. Aber ich hab halt gern Ordnung, also bauen wir hier noch einen Schrank hin. Was ist das denn? Im Moment. Das ist da rein. Rhythium, hier. Oh Gott, wir müssen die Rhythium holen. Oh Gott, wir müssen die Rhythium holen. Oh Gott, wir müssen die Rhythium holen. Eieieieiei, ist das voll? Das sind die grünen Stromgeneratoren. Hey, Kovic. Oh, wir haben unser erstes GTI. Yay. Uuuhu. Hi. Fällt mir gerade mal so auf. Hermo Wurst, danke für den Follow. Und Hallöchen. Oh. Nee, da. Den Wasserfilter wollte ich mal bauen, ne? Guck mal, was der braucht. Hier. Da. Alu-Stoff, Silizium, zwei Klumpen. Alu-Stoff, Silizium, zwei Klumpen. Alu-Stoff habe ich Stoff, Silizium, und zwei Klumpen. Für Klumpen brauchen wir... Äh... Pilze. Was ist denn noch? Drei. Hm. Sehr gut. Geil. Direkt mal nutzen. Na. Na. Willst du wohl... Gar nicht so einfach. Äh... Äh... He, 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 he. Nice. Grrrrrr. Sehr gut. Läuft. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Dann brauchen wir die... ...eigentlich auch nicht mehr. Pilz weg. Baumrinde weg. Hm. Great time ingame. Ist da ein Golf? Probefahrt. Hm. Hm. Ich dachte, man trinkt automatisch im Wasser. Nee. Belle pens, danke für den Follow. Nee. Cool. Haben wir. Ähm... Wir könnten mal so eine... Raquel zünden. Nee, ich wollte... Ich wollte erstmal... Ähm... Sekunde. Wir müssen uns um Iridium kümmern. Mh. Night, nRem. Ich hab was zu essen mit. Dann geht's ja. Ein Grund, warum du den Bauplan nicht gelernt hast? Die Chips, weil ich keine mehr lernen kann. Warte. Hat was eingefallen. Ich hatte ja noch was leuchten sehen. Irgendwo da. Ich glaube, er hatte schon zu viele Chips. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann wieder freigegeben wird. Können's probieren, aber ich... Konnte halt nicht mehr. Nice. Mal wie grün. Grün, ja. Das nehmen wir mal mit zum Essen. Na Mensch. Mal was ich hier hab liegen lassen. Ach, weißt du, wo wir noch nicht... Alter, guck dir das mal an. Hier haben wir noch nie richtig, also gänzlich erkundet. In der Schlucht. In der Schlucht. Das fällt mir grad mal so ein. Hier hab ich bisher immer voll ausgelassen. Fahren wir nur mal ganz kurz. Auf dem Abstecher. Da sah sie aber noch nicht so einladend aus wie jetzt. Hm, da müssen wir wohl gleich nochmal vorbeischmieden. Aber erstmal bringen wir Sachen weg. Ab dem Inventar. Latsch. Latsch. Wenn dir aber nichts, wie es hier aussah, wo wir hier ankamen. Und wie hübsch es jetzt ist. Vor allem mit Spalt. Spalt, ganz wichtig. Preiset den Spalt. Unser Freund. Der Spalt. So. Perfekt. Eine Spalt. Da. Egi, Ron. Da, ich gucke. Da, ich gucke. Da, ich gucke. Da, ich gucke. Oh, Spalt. Gelobt seist du. Raubes Biografie. Der Spalt. Und ich. Warum lugen wir einen Spalt? Naja. Er ist inzwischen ikonisch. Für meinen Planet Crafter Playthrough. Das war echt bitter. Das war richtig bitter. Weil er halt. Also er dürfte eigentlich nicht da sein. Das ist das Schlimme. Die Logik. Also der Logik ist eher widersprechend. Ja. Da ist auch zu. Also laut. Wenn du. Wenn ich da oben drin bin. Ja. Ähm. Kriege ich dort Sauerstoff. Also das. Der geht nicht runter. Er. Das Spiel denkt also. Dort wäre zu. Ja. Und ja. Wie gesagt. Er dürfte eigentlich auch nicht da sein. Weil so wie wir das gebaut haben. Darf da kein Spalt entstehen. Aber er ist da. Deswegen. Ja. Reisen wir ihn. Es ist vermutlich einfach nur ein Bug. Ja. Vermutlich ist es einfach nur ein Bug. so. Na gut. Mal alles für das Grundlegende. Wie sieht es denn jetzt eigentlich im Alu-Gebiet aus? Schauen wir doch mal kurz ins Alu-Gebiet. Mhm. Können wir hier auch mal leer machen kurz. Rein stopfen kurz. Schön, nicht? Ah, Luis. Mhm. Ich habe dich genau gesehen, Küsse. Aber ganz genau. Wo sind die Riesenmonster? Es gibt Gott sei Dank keine Riesenmonster und das ist auch nicht geplant. Es sieht nur optisch im ersten Moment, also so bautechnisch aus wie Subnautica. Der Rest spielt sich aber anders. Es ist ein Spiel, in dem du in dem Planeten Terra formst. Das heißt, wo wir ankamen, sah der nicht so schön aus, wie er jetzt aussieht. Sah der ganz anders aus, ganz traurig. Trist. Nicht wie sie Sand stürme. Und zwar generell nicht einladend. Ah, ist ja gut. Zur Performance erlaubt. Oh ja, gerne. Klar. Zur Performance erlaubt. Auf jeden Fall. Wirklichkeit ist der Spalt. Eine thermische Dehnungsfuge und Ausschlaggebung für das Gelingen dieses architektonischen Meisterwerkes. Manch einer spricht sogar schon von einem Weltwunder. Anfang war der Planet öde und leer. Und dann kam Raupe und lootete. Ich sag normalerweise, es ist eigentlich irgendwo alles tot und leer gelootet. Close. Äh, nee, nee, war berechnet. Easy. Also, nö, nö. Nö. Ich hatte ja Zeug im Inventar im Zweifel, um mir eine Kapsel zu bauen. Alles gut. Alles okay. Okay. Hm. Axe sind die Bezwinger Gottes. Denn sie setzen sich über die Regeln und Grenzen der göttlichen Spieleentwickler hinweg und trotzen ihrer. Die Götter sprachen, du sollst snappen. Doch der Spalt sprach, ich beuge mich nicht. Und klaffte offen, strotzend, protzend, die Götter verspottend. Und so preisen wir ihn, unseren Spalt. Denn er ist es, jenes unmögliche Wesen, das selbst die Götter bezwang. Er ist das Unmögliche, die Anomalie, das eine Unbeschreibliche. Er ist es, der Spalt. Danke, Marock, für diesen wertvollen Beitrag. Und die dicke Rohstoffe verbrauchen, beziehungsweise vernichten, hat bei mir einige Lecks behoben. Echt? Was, so welche, die rumstehen oder welche in Kisten? Manchmal, glaube ich, Chat trinkt während des Streams. Das ist ein Bringer, ey. Ach ja. Da, äh, bin ich? Wo will ich hin? Der bin ich? Ich hatte die auf Halden? Das heißt, du hast die, 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 die fallen lassen, sozusagen. Du hast die fallen lassen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil dann muss das Objekt ja gerendert werden, geladen werden. Ja, ja. Und vor allem, wenn die sich dann bewegen, also wenn das so, wenn die dann auch noch so aufeinander liegen und dann, also das, ja, das ist, das ist ein Problem. Krücken wie eine Spaltsekte im Kokon, wahrscheinlich das nächste Subgoodie, ein Spalt schreien. Das ist eine verflucht gute Idee. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Blümchen! 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 450% Sauerstoff-Multiplikator! Blüm! Das ist Alu. Verdammt! Schaut mal, wo packen wir denn... Ähm... Da ist unser... Pass mal auf, wir packen hier ein Wohnabteil hin. Ohne Abteilzugangstür und, äh... Wir brauchen ein Eisen. Ein Eisen. Ich möchte gerne, dass an das Eisen komme ich nicht an. Na, was denn? Nu? So. Ja. Was? Ja. Äh, wir brauchen einmal Alu und noch irgendwas. Ich ziehe dir eine Lücke im Fenster und bete die an. Eine neuartige Pflanze. Die erste auf dem Planeten. Raupe rupft Blümchen. Der hat's weggemacht! Der ganze Planeten terraformt, damit wir endlos viele Blumen looten können. Das nenne ich Commitment. Ja. Pinguin! Vielen, vielen lieben Dank. Also, fetter Pinguin. Vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Dankeschön für 34 Monate im Kokon. Du darfst mega fauschiges Toilettenpapier produziert aus Altflausschrauben jetzt benutzen. Dankeschön. Ja. Was brauchen wir noch? Warte mal. Gar ein Silizium. Silizium. Titan. Wird denn das jetzt dunkel? Kann das jetzt mal nicht dunkel werden, bitte? Nicht toller. Das ist der Krater. Den Krater machen wir Orange. Ja, es ist jetzt echt ein bisschen irritierend. Wir haben jetzt Private Pingu, fetter Pinguin und Kommandant Pingu. Ich hätte gern Tag. Du seh' ich doch gar nicht. Wenn's irgendwo was Besonderes rumliegt, seh' ich das nicht. Hier ist eine Öle. Die ist geflutet. Osmium. Osmium. PreSon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Nehmen wir das noch mit. 15 Minuten enthält. Brot! Leckeres, köstliches Brot! Sehr gut. Mh, Brot. Kann man leider in der Geruch, ne? Also das ist ja schon... Mist. Das ist echt blöd hier. Also diese Kanten, diese Übergänge... Das ist so ein bisschen ungünstig. Muss ich halt dieses eine Schwefel liegen lassen, ne? Das macht dann auch ein bisschen traurig. Hm. Okay. Platz. Na was, nu? Oh, da hinten sehe ich schon was. Uh, 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 uh. Da kommt es mal drauf. Sommer. Leckeres Brot mit Butter mit Butter. Lieben Gemeindemitglieder des heiligen Spaltes, ich werde mal weiter modellieren. Möge der Spalt euch segnen. Möge dir immer eine Spalte finden, durch die ihr in eurem Leben voranschreiten könnt. Und möge eurem Leben ewig sprießen. Marock, ich wünsche dir einen fantastischen Restsonntag. Da wäre so meine Lieblings-Else 22 mehr. GG-Leveler. Dobermann. Dobermann, vielen, vielen lieben Dank für den... Hallo? Wort? Jetzt. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 40 Monate im Kokon. Du kriegst den vierten Stein für den Kamin und etwas Feuerholz. Dankeschön. Hey, Dobermann. mit Armen. Jesus Wiesel, danke für den Follow. Abgestürzt. Abgestürzt ist er. Habm, damm, damm. Will ist gefährt. Na Mensch, guck mal. Also ich möchte... Uh, das ist aber nett. Okay. Ich möchte die Nachricht gern lesen. Allerdings würde ich gern vorher nochmal Luft holen. Wie gut es einfach aussieht. Uh, Stein Nummer vier. Können wir bald auch Steuern im Kokon entrichten? Nein. So weit kommt es noch. Nein, nein, nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Gott, ist das hier cool. Ist hier hochrangend. Oder runter. Je nachdem. Möglichst eher hoch, oder? Äh, so. Nachricht. Ja, 3041. Ah, Skyer. Missionsbeschreibung. Nachrichten-Update. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerne im Sektor E-C-Tial Prime verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen nach allen Informationen, die Sie finden können. Erreichen Sie diesen Sektor. Im Meeres-Einsatz-Ziel untersuchen Sie den Sektor hinreichend und finden Hinweise und Informationen zu den Ereignissen, wieso einige Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundäre Einsatzziele finden und melden Sie feindliche Lebensformen, auf die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden es den entsprechenden Unternehmen. Finden und zeichnen Sie die unbekannten Aufenthaltsorte aller gefundenen Waren auf. Hm. Ja. Bitte. Ich trinke mal. Guck. Machst du nix? Leben ist hart. Kein Ponyhof und so. Aber schickes Teil. Also bevor es kaputt war. Versteht sich. So. Hm. Gibt es kein Spaltmaß? Pingu, ich wünsche dir auch einen schönen Rest Sonntag. Bye bye. Hm. Gold in der Statue. Eins. Mhm. Und jetzt haben wir noch einen goldenen Samen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay. Blümchen! Ups. The Prepper kommt übrigens in DLC. Nice. Ich habe mal versucht einen Baum zu machen. Nö. Noch nicht. Nö. 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 Hey, noch habe ich ja nichts um irgendwie Bäume zu verteilen oder so. Oh, hallo. Oh. Hey. Hey, da steckt da ein Iridiumstab. Was ist denn? Okay. Okay. So weesh. Dad. Aber wir brauchen iridium, ich könnte es ja... Kann man da noch, wir haben noch Platz. Nehmt es mit. Na, komm hier jetzt. Na, komm hier drauf. Alles klärchen. Na, komm hier drauf. Na, komm hier drauf. Hier ist ganz schön viel Stuff. Dachte, weil ich schon so grün ist. Ne. Hab ich trotzdem noch nicht. Hab ich hier irgendwo was zu essen? Hab ich nicht, ne? Schlecht. So gar nicht. Schlecht. Äh, dann wie folgt. Ne, das andere nehme ich nicht mit, hab eh keinen Platz. Das nehmen wir mit. Das. Neue Pflänzchen auf jeden Fall. Aber erstmal nicht. Neue Pflänzchen auf jeden Fall. Neue Pflänzchen auf jeden Fall. Neue Pflänzchen auf jeden Fall. So, gehen wir so erstmal los. Rest wollen wir dann. Äh, da ist grün. Hier ist noch mehr zum erkunden. Ich hab hier vorne schon wieder einen Hülleneingang gesehen. Also hier. Ne. Oder? Doch. Nein. Ah. Nein. Das ist kein Hülleneingang. Also wir müssen... Wir haben im Prinzip nur links. Von der Markierung aus links bisher nur erkundet. Da gibt es noch viel mehr zu sehen. Wir müssen definitiv hier nochmal her. Wir sind definitiv noch nicht fertig. Ganz und gar nicht. Ich bin davon, dass ich mal ganz kurz was gucken will. Da bin ich nämlich schon die ganze Zeit neugier. Ich hab schon aus der Ferne immer geschielt. Ich will wissen, wie der Stargate jetzt aussieht. Essbare Bohne lässt du hier. Was? Da war eine essbare Bohne? Okay. Ersten Schrank, Bohnen. Okay. Geil. Nahrungszüchter T2. Na, das ist doch auch schön. Ja, das ist hübsch. Aber das ist noch nicht richtig grün, ne? Das heißt, wir müssen noch ein paar mehr... Ich würde noch ein paar mehr... Wir müssen definitiv noch ein paar Biomasseraketen hochschießen. Okay. 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 Nee... Oh... So hübsch. Hello, zu Hause. Oh Mann. Das ist ein bisschen Zeug. Jetzt müssen wir es mal gucken. Wir haben Dünger eingesammelt. Wir brauchen Platz für die goldene Statue. Müssen wir dann auch mal gucken. Wir haben... Wo ist denn... Ich hab doch... Ach da. Krass. Vollerweise packen wir das hier mit rein. Das dahin. Legierung ist quasi voll. Das... Stoff. Samen. Habe ich unten... Oh, ich weiß es nicht. Ich spüße. Ich guck nach. Was wird's? Ich weiß es nicht. Naja. Äh. Die Unat. Und der da rein. Na, das sind nämlich T3. Die sind besser. So. So. In dem steckt ja gar keiner, ne? Der verteilt ja nur Gras. Keine Blume. Oh. Hmm. schick hier den Chip rein achso, wir wollten mal wir wollten probieren, ob genau, vorerst keine Blaupausen mehr zum Entschlüsseln geht nicht ähm Quarz, wo ist denn die Pulsar Quarz wo sind wir denn eigentlich 24,97 fast 25% Bäume mh mh Braderlin, ich wünsche dir viel Spaß mh 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 w ach haben wir oben noch eine nee, wir haben auf der Seite keine Kiste frei könnten Ich kann es auch da rüber packen, aber das finde ich halt irgendwie nicht packig. Aber Alge kann ich noch nicht zusammenlegen. Das ist noch zu viel. Das geht, oder? Klumpen und Quarz. Könnte auch eine Bar sein. 21,5 Energie. Der ist aber halt schneller. Ob ich das brauche, ist halt jetzt gerade... Also momentan brauche ich das Wachstum nicht schneller von dem Nahrungszeug. Das ist halt Quatsch. Also sparen wir uns das. Das bin ich bald auch nicht. Platz? Bei Nacht sieht man die natürlich richtig gut. Wir möchten so hell. Radadini schreiben Rudern. So. So. Entsetztes Gesicht. So, hier haben wir die zweite Bohne. Die packe ich mal noch ins Inventar. Ähm. So schnell, lass uns kombinieren. Ja. So. Hallo. Wir hatten schon mal Kühe in Raumeinzügen. In... Bravage. Ja. Das wär jetzt nicht vollkommen neu. Ja. Das waren Mutanten. Keine Kühe. Ach, das... Ach. Wortglauberei. Das war im Ernst. Zum Glück sehe ich nicht alle Spiele. Ey, Bravage war super. Bravage war toll. In sehr eigenen Humor, aber... Äh, toll. Bin leger. Grobige. Alles weg. Uphang. Jooh. Hmm. 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 Was ist das? Ravage ist fantastisch. Ja. Es hat spielerisch auch unglaublich Spaß gemacht. So vom das coole Spiel. Okay, hier kommen wir jetzt einmal nur wieder raus. Und kommen halt zu dem Teil. Das können wir übrigens mal, da das leer ist, würde ich das einfach mal... Ich brauche ja keine Markierung. Ich weiß, wo das ist. Halt Quatsch. Spare ich mir lieber die Markierung. Schick. So. Jetzt frage ich mich allerdings. Also da war ja jetzt auch keine Uran-Höhle, ne? Das heißt, ich habe noch ein Gebiet übersehen. Oder ich habe eine Höhle übersehen. Also hier einen Eingang übersehen. Aber ich dachte eigentlich, ich bin jetzt komplett abgelaufen. Die Markierung beschriften könnte wir erst mal das Ü-Tüpfelchen. Ja, und ich würde sie gerne mit irgendeiner F-Taste ausschalten können. Oder zumindest, dass sie im F-2-Modus nicht angezeigt werden. Also wenn ich F-2 drücke. Klettern? Ach, geil. Ach, wie gut ist das denn? Weil ich nehme die jetzt mal nicht mit. Oder? Woher kommst du denn auf Uran-Höhle? Weil ich es vorhin jemand geschrieben habe. Aber vielleicht gibt es auch einfach keine. Ja, ich bin jetzt mal hier. Warte. Kann man hier vielleicht Zeolit abbauen? Wobei, nee, das werden wir mitnehmen. Merkwolle. Vielleicht. Die andere Frage ist, brauche ich das? Momentan ja eher nicht so. Nein, 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 nein. Hier nur noch Bäume und Rie. Also Bäume sind ja gerade wachsen. Also wir sind gerade im Aufbau, sozusagen. Das ist die nächste Stufe. Abbefehlen. Also es ist ein Troll. Das kann auch sein. Was ist das denn? Gut, also man kann an den lustigen Ranken, kann man klettern. Ich glaube halt nicht, dass ich hier was übersehen habe. Hm. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Silizium. Meisen. Silizium. Wunderschöne Pflanze. Letzte ihrer Art. Raupe. Zack, Pflanze im Inventar. Eins. Ähm. Nein, falsche Taste. Da. Ich hab doch einen Kompass. Wieso hab ich oben den Kompass, ohne das Teil zu haben? Dass die Wracks zuwuchern. Ja, machen sie. Sieht unglaublich gut aus. Wie zum Magnesium. Alu, Alu. Kommt ein TI-Bereich von selber an. Ah. Das ist ja auch toll. Wieso ist das? Naja, gut. Ähm. So, warte. Ähm. So. So. Das ist das hier. Was ist das für Wrack? Das haben wir gefunden. Das ist unsere Base. Das hier könnte noch. Also hier könnte natürlich... Sieht halt die Höhlen-Eingänge nicht wirklich. Hm. Komm mal mit. Das ist die falsche Richtung. Hm. Aber das ist halt das. Also Höhlen-Eingänge sieht man nicht wirklich auf dem... Auf der... Karte. Du siehst halt so Strukturen, die siehst du. Gebäude, etc. Aber... Aber... Und den Thron sieht man auch nicht von oben. Leider. Ich werde dann schon fast cheaten. Die sehen würdest du. Ja, gar nicht mehr freuen, wenn man eine findet. Ich werde hier vielleicht irgendwo an diesem Massiv... In einer Höhle oder so. Ah, es sieht nicht so aus. Haben wir da schon? Ich versuche zu trinken, ohne es nicht schafft. Suchst du eigentlich in einer bestimmten Höhle oder nur so? Ich suche eigentlich generell einfach nur rum, was ich eventuell noch übersehen habe. Das ist eigentlich eher so für mich gerade der... So, wir sind hier... Was ist denn das? Ja, da ist ein kleiner Wasserfleck, oder? So ein Wasserfleck. Ja, wie grün das hier schon alles aussieht, ne? Das ist das Alu-Gebiet. Ganz eindeutig. Ein ganzes Biomüll sehen. Ja, ich denke halt irgendwie auch, dass mir noch was fehlt. Deswegen... Suche ich gerade. Ich möchte da in die Richtung, glaube ich. Und dass wenn da noch Zeug weitergeht. Silizium. Noch ein Titan. Drei Eisen. Drei Eisen habe ich. Noch noch ein Titan. Achso. Ich kann natürlich noch ein bisschen Eisen mitnehmen für eine Kiste. Oder in den direkten Schrank stellen. Titan. Sehr gut. So. Ich glaube, in der Superlegion war gut. Ich habe die Höhle schon ganz vergessen. Wisst ihr? Ich habe die Höhle schon. Okay. 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 Hmph Ist er? Was war das da? In sich oben wollt, ja! muss einem halt manchmal einfach Zeit lassen, Dinge zu erkunden, ne? Also. Ah. Das bleibt halt einfach viel zu unentspannt. So, jetzt haben wir hier noch ne kleine. Ja. Hinter uns. Frage, in welche Richtung jetzt hier überall noch das Zeug geht. Ähm. Decke, die Welt fällt schneller! Äh, Sekunde. Da ist das. Da geht noch mal hingucken. Ach so. Das. Nicht das hier, oder? Oh, einer. Hey, da. Ach so, Schweinkse. Was hast du hier gebaut? Hm, 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 hm. Nett. Danke. Nachricht. Es sind sechs Monate vergangen seit dem Absturz und ich habe gerade so überlebt. Mein Hauptziel ist es, eine Rakete zu bauen und diesen Ort für immer zu verlassen. Dieser Planet ist verflucht. Das kann ich spüren. Ich muss zurück zur Absturzstelle. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es gab einen Geheimraum im Kontrollraum, eine zerstörbare Wand, irgendwo in der Nähe der Hauptbildschirme. Aber es ist eine Weile her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Mhm, mhm, hm. Mhm, mhm, mhm. Eigentlich Eis nicht kaputt machen, ne? Nö. Gut. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Das war aber jetzt hier direkt. Das sieht man nicht. Ich meine, ja, klar. Ich meine, so eine Leiter zu sehen ist halt auch... Ich gehe tiebe diese einem KIP内. Um, äh, wust. Oh, 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 oh. Me, oh, oh. So. Ähm... Habe ich Alu gefunden? Oh. Nein, Glück. Ich weiß gar nicht, in welcher Farbe wir das hier machen. Ähm... Was hier gerade so rot ist, in rot. Gelb? Ich hätte auch an gelb gedacht. Erster Moment. Immer das gelb. Ich glaube, das wird gehen. Warum ist hier halt auch nirgendwo Wasser? Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz was trinken gehen. So, hier war die Leiter. Nach unten. Mh... Mh, mh, mh... 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 Da... Definitiv etwas. Da schon auf der Map so komisch aus. Mh, mh, mh... Sal... Salbei... Silber? Sal... Bei... Silber... Das sieht doch komisch aus. Osmium, Schwefel, Osmium. Bisse. Eine Küste. Sehr gut. Frostfroschgelb ist auch schön. Frostfroschgelb. Schönes Wort. So. Gucken. Das habe ich nicht bezweifelt. Hier sind keine Ressourcen mehr. Das heißt, hier ist Mapende. Was denn? Zumachen. Sicher? Okay. Es regnet. Shit. Mhm, 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 mhm. Na, so sehr ist es doch da. Müssen wir doch dann mal... Ja, da gucken wir dann gleich hin. Wir bringen noch Zeug weg. Das ist dieses graue Gebiet. So. Krone wieder raus. Mhm. Ruckelt nur unwesentlich gerade. Ruckelt denn das hier so krass? Ist ja übel. Ahahahahaha. Blöken. Ja, war sehr traurig aus. Mal so vermelden. Eine Kiste. Ich habe das dringende Bedürfnis. Hier noch einen kleinen Unterschlupf zu bauen. Which means wir brauchen Silizium, Zahn, Eisen, Eisen, Eisen. Nein, das ist kein Eisen. Zähne mal Eisen. Da. So. Und ich habe das dringende Bedürfnis, nochmal ganz kurz zurück zu gehen und die Karte zu holen. Die Karte. Silbrige von den Härchen kommt. Dabei Blätter haben feine Härchen. Genau. Haben sie. Oh, war der Gelb? Ist da. Entschuldigung. Hier ist er. Hier ist er. Hi, na. Okay. Hallo, Uran. So. Wie es da so einfach in der Höhle liegt. Unglaublich. So, ich brauche noch mein das auch mal mitnehmen. Okay, aber wir wissen jetzt, wo die Uranhöhle ist. Mal schön. Bist ja erfreulich. Eine Ahnung mitnehmen sollen. Hab ich. Was soll ich noch? Silizium, Titan. Nochmal Silizium, Titan. meine Güte. Mal mit Silizium und Titan. Ja, kann ich, Joker. Ja, genau. Genau das kann ich jetzt. Ich würde zwar gerne die Mitte machen und ich würde mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn? Sind sie mich mittig, oder? Mal hier ist. Südlich von uns. Süd. Ost. Toll. Sehe ich nicht, wo Südost ist. Das ist fantastisch. Irgendwo hier ist was. Ein Trümmer. Da. Oh, es sind keine Trümmer. Es sind Kapseln. Nice. Ah. Grundstein. Aber kaputt. Okay. Okay. Und das hier von dem Blau. Ne, Blau habe ich schon, oder? Oder habe ich Blau weggemacht inzwischen? Weiß ich nicht. Das ist grün. Das ist Alu. Das sind die zwei. Und süßlich habe ich das andere Blau nicht mehr haltet. Also bleibt es blau, weil hier ist es gerade blau. So. Jetzt da. Hier im Monitor hinkleben. Hier jetzt die Stelle. Da könnte... Da könnte was sein. Da so. eine Art Durchgang sein. Weil jetzt halt merkwürdig ist, dass wir jetzt hier... Dass ich hier jetzt keinen Kompass mehr habe. Obwohl ich normalerweise einen Kompass habe. Jetzt habe ich gerade keinen. Schon ein bisschen komisch. Schrank. Was ist weg? Außer das. Und das Problem ist... Hier ist kein Wasser. Kein Wasser ist halt echt schlecht. Oh, hier sind wir. Oh Gott, weißt du, wie lange ich hier nicht mehr war? Das ist ja ewig her. Okay. Hast du einen Kompass ausgerüstet? Nö, hatte ich die ganze Zeit nicht. Müssen eigentlich weitere Terraforming-Anlagen gebaut werden? Oder reicht die eine Basis? Na, du baust ja bestimmte Maschinen. Dirty Heli. Stimmt halt. Ich bin damals... Ach guck mal, hier liegt sogar noch Eis rum. Ich bin damals... Bin ich hier nicht... Konnte ich ja da nicht durch, ne? Da war Eis noch. Und das habe ich voll vergessen. Ich habe es halt einfach vergessen. Nur in dem gewissen... In dem gewissen TI-Bereich automatisch eingeblendet. Ach so, der verschwindet dann also auch wieder. Also ja, ganz offensichtlich, weil jetzt habe ich ja keinen. Na gut. Ich habe irgendwo eine Kiste. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Nur Hilfe zum Start? Weiß ich gar nicht. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ab wann, bis wann wir den... Ähm... Den hatten. Ich habe halt nie so sehr auf den Kompass geachtet. Ja, ja, ich weiß. Dein Aris. Genau. Ja, ist mir klar, dass ich das kann. Ne? Bei dem hier... Den Monitor brauche ich ja dann nicht mehr. Als der Quarzgenerator kam, das kann natürlich sein. Hm, 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 hm. Ne. Schrumm? Der ist falschrum. Ich denke eher ein Bug. Kann auch sein. Kaiser Haar, danke für den Recept. Dankeschön für, ähm, sechs Monate im Kokon. Du bekommst Strom in deine gummicelle Steckdosen im Kühlschrank, der sich automatisch dein Lieblingskalk getränkt. Kompass ist im Monitor verwendet. Ja, aber ich habe den... Ich hatte niemals einen Kompass ausgerüstet. Niemals. Das einzige, was ich gemacht habe, ist so eine, so eine Rakete, die, die, die... Rakete in den Himmel zu schießen. Na, ich gehe davon aus, dass wenn ich ihn ausrüste, dass der Kompass dann auch wieder angezeigt wird. Das ist... Da brauche ich kein Vielleicht für, Spider-Org. Natürlich. Oh, Sentinel Corp. Ja, 3055. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2-Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 Ti. Erschaffe eine blaue Atmosphäre. Mensch, das kommt uns aber bekannt vor. Man merkt durch den Kompass auch nur, dass bei der Karte oben Osten ist, anstatt Norden. Hast du vielleicht einen Kompass ausgerüstet gehabt? Der Left. Den im Monitor. Corp. Werdet ihr wohl. Schöne Windkraftanlage, ne? Kann ich auseinandernehmen? Schade. Ich auseinandernehme? Nein. Da können wir noch runter. Ja. Äh. So. Klopp. Okay, ich hatte nicht erwartet, dass mein Landeplatz so schlecht sein würde. Aber es gibt keinen Grund, warum ich diesen großen Felden nicht terraformen könnte. Ich habe genug Wissen über den Prozess, um erfolgreich zu sein. Alles, was ich tun muss, ist, den Schritten zu folgen, auf gutes Wetter und nicht zu viele Meteore zu hoffen. So schwer kann das nicht sein. Tja, da hat sich Xiodan wohl geirrt. Denn doch, Xiodan... Wobei, nee, so schwer ist es auch wirklich eigentlich gar nicht. Das ist aber angestellt, der Xiodan. War schwieriger als erwartet. Die Außenseite ist giftig und die Samen werden unterirdisch nicht wirklich wachsen. Meine Berechnungen sagen mir, dass die Position des Planeten am besten sein sollte, um ihn in etwa zwei Jahren zu terraformieren. Oh, bis dahin muss ich einfach überleben. Oh. Okay. Das heißt, er war halt einfach zu früh da und hatte Pech. Ah, ha, 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 ha. So, ist er hier sonst noch so? Da geht's noch weiter runter. Gucken wir gleich. Das nehmen wir mit. Frank nehmen wir mit. Und wo soll ich mehr Iridium auf diesem Planeten finden? Ich habe alles vergeblich erkundet. Überall ist Eis. Es ist wichtig, dass ich etwas gefunden habe, um den Planeten zu erhitzen. Alles draußen ist eiskalt. Ich muss schlafen, aber ich kann nicht aufhören zu denken. Morgen wird es besser. Diese Strafzeit für ein so kleines Verbrechen ist unmenschlich. Sie nicht verdient. Morgen wird es besser. Da geht's wieder hoch. Interessant aber. Aha. Oh. Oh. Oh, voll. Oh nein. Ah. Warte. Nee, da nicht. Hier lang. Hier lang. Da lang. Für mich ist das ziemlich geil, dass die so unterirdisch die Dinge haben. Ich meine, ja, das ist, um sie zu verstecken. Also, das ist ja... Also, zumindest vermutlich. Ja, sonst wären sie halt viel leichter, hier offensichtlicher zu finden. Aber es ist schon cool. Wasser wird schon wieder knapper. Das heißt, wir machen mal ganz kurz einen Abstecher zum Wasser. Da haben wir noch eine Giste. Mit dem Eis ist wichtig. Aber hatte er einen Kompass? Vielleicht hat Xio dann damals auf Hardcore gestartet. Ja, und er hat ganz offensichtlich auch einen schlechten Landeplatz ausgewählt, wenn er nirgendwo lang kam, weil überall Eis ist. Bzw. naja, gut, es war ja offensichtlich überall, überall Eis. Also überall, im Sinne von... Kennst du überall? Kennst du? So, hier ist Schluss, ne? Wie ein bisschen. Himmärkungen. 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 Ähm... Himmärkungen. Ich weiß noch mal, passah. Passah, passah, passah. Hmm. Hm, da lang. Toxisch war er auch. Stimmt, ja. Vermutlich auch deswegen. Und. Wusstest du, dass der Kompass den Spalt als Norden anzeigt? Oh, warte mal. Ich bin dran vorbei, ne? Sie ist gerade wieder nicht verflucht. Noch eins. Hier. Hm. Hm. Welches Jahr hat unsere Startkapsel gesagt zu mir? Ich glaube... Ne, ich weiß es nicht. Muss ich nachschauen. 30, 57? Ne, ich dachte irgendwas mit 80. Ich weiß nicht, was mit 80? 80? 80? Hm. Das war die Ecke hier. Das können wir nicht abbauen. Und jetzt noch hier runter. Oh. Was? Ah, das ist so ein Fortgeschrittener. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Das kennen wir ja doch. 3055, hä? 3055, schon wieder? Wieso hat der so viele von den 3055-Nachrichten hier rumhängt? Was? Was ist denn mit dem los? Durchgedreht? Der ist durchgedreht, oder? Der ist ja abgedreht. Oh, man. Du hast mich hierher geschickt, um zu sterben. Du wusstest, dass es unmöglich war. Es ist dir egal. Alles, was dich interessiert, sind Profit und Kolonialisierung. Wer auch immer es für eine gute Idee hielt, sollte zur Hölle fahren. Der Plan war nie Vergebung. Seid verflucht, Sentinel Corp. Tja. Und das wundert jetzt wen? Also, ich mein, also... Oh, eine geheime Wand. Ja. Hier musste ja irgendwas sein. Da konnte ja nicht nichts sein. Das ging ja nicht. Ich glaube, dass der dafür schon wieder voll ist. Der Rest passt jetzt schon noch rein, oder? Mein 4 war es ja nicht mehr. Huch, warte. Huch, warte. Äh. Da. Tja. Dann sind wir zu irritierend. Da. Ha, 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 ha. So. Gut. Das war's. Oder so. Also, ich glaube ja, er hat's nicht geschafft. Ja. Aber leider aufgrund dessen, dass wir hier ankamen und... ...der Planet eben nicht geteraformt war. Das ist eigentlich ja schon das... ...eindeutige Zeichen, dass es nicht gekauft hat. Oh, passt noch. Ja, passt. Ich glaube, du bist ja du, nur weißt du es nicht mehr. Das glaube ich nicht. Oder so viele gefunden hat. Weil das extrem beendet ist, irgendwie... Ich glaube, der Planet ist nicht terraformt. Nun ist ja auch noch leer. ...weit geleistet, damit du überhaupt eine Chance hast. Das glaube ich nicht. Nein. Nein, nein, nein. So, ich nehme einfach mal ein bisschen Staff mit. Nach Hause. Müssen das dann sowieso alles... ...die spaßig jetzt. Also, das wird jetzt häufig hin und her laufen. Vor allem zwischen... Also, ne, ich muss ja jetzt drei ablaufen. Sozusagen. Gerade drei Punkte gelb. Braun und... ...und blau. Wo wir noch Stuff holen müssen, weil das da alles noch rumliegt. Wenn man die alle gefunden hat, dann kann man jede dieser Nachrichten als Grabstein ansehen. Ja, aber das war ja... Also, das war ja immer im gleichen Jahr. Da hätten die ja im selben Jahr Gott sonst wie viele hier abgesetzt. Also, ich meine... Ja, denkbar. Wir haben auch random in den Spiegel gestartet. Manche Stellen sind echt unvorteilhaft. Ja, das... Das glaube ich tatsächlich gerne. Würdest du bitte... Danke. Oh. Na Mensch. Kommt man gerade zur Base zurück? Natürlich. Warte. Mal kurz nachgucken, wo ist denn... Hier muss doch irgendwo... Da. Was gibt's denn heute? Leckeres Restlasagne. 30,58. Stimmt. Wir sind drei Jahre später. Drei Jahre nach ihm. Hm. Echt, da geht's. Hallo? Summer! Hackt! Wie soll ich mich denn jetzt hier drin bewegen? Räum halt mal auf. Ist klar, ich komme nicht mal mehr in meinen Biodom. Ey. Schon frech. Ich meine, ich finde es ja schön, wenn sie das direkt so in mein Lager schmeißen, aber so grundlegend ist das nicht okay. So. Das da rein. Das da rein. Stoff hier hin. Oh, warte, ich habe da noch ein Schwefel. Äh. Komme ich jetzt in meinen Biodom? Hallo. Danke. Ähm. Der ist voll. Auch bald voll. Ijajajajajajaj. Achso, nee, warte mal. Ist da was falsch? Die und die gehören hier nicht rein. Hm? 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 Ist das eine Gebäudeversicherung? Ey, sie schmeißen die hier irgendwas. Trümmer hier jetzt. Mann, ey. Nicht okay. Nicht okay. Okay. So. Wie viel Prozent sind wir denn jetzt eigentlich? Warte mal. Äh. Dürfte ich mal. War. Danke. Achso. 41,35 Prozent. Bäume. Insgesamt 40 Auberginen haben gefunden. Das weiß ich, weil ich alle eingepflanzt habe. Nun. Da ist eine Menge. So. Wir werden uns kurz zu unserem Aufgabenschild bewegen. Und machen hier jetzt raus. Äh. Gelb, braun und blau. Sachen einsammeln. Marker. Gelb. Braun. Und. Pass nicht hin. Warte. Das reicht. Das reicht. Was ist denn das jetzt? Das Bette hatten wir farblich aber auch noch nicht. Was ist denn das? Purple Rain? Aber es regnet doch gar nicht. Expulsionskraftwerke. 10 C2-Reaktoren. An dieser Person bist fleißig am Terraform. Nur irgendwann drehst du durch. Zündest eine große Bombe. Alles geht kaputt. Und du verlierst deine Erinnerung. Beginnst von vorn. Was ist denn da eine grüne Markierung? Ist nicht grün, oder? Hoffentlich. Eigentlich ist da die Alu-Markierung. Hm. Hm. Ja. Also so langsam. Sieht es hier wirklich sehr schön aus. Vor allem wenn jetzt Bäume kommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Ähm. Genau. Jetzt ist es nämlich nicht mehr grün. Das ist einfach nur, dass es... Wer weiß. Jetzt passt es wieder. Wir snacken die Bohne. Und beim nächsten Mal sammeln wir den ganzen Scheiß ein. Und jetzt... Oh. Ich im Index ist das Terraform fertig. Weiß ich nicht. Müsste dir jemand flüstern. Also fertig ist relativ. Es geht ja immer darum, es ist ja Early Access. Also es ist ja noch nicht fertig. Es gibt ja momentan quasi da eher so eine Grenze, bis wohin man kommt. Na sch. So. Perfekt. Ich kann euch zu Minyas schicken. Minyas spielt nämlich ebenfalls Plane-Crafter. Das ist super. Ähm. Da schicke ich euch jetzt hin. Und dann wünsche ich euch einen fantastischen Restsonntag. Bedanke mich für das Einschalten. Spaß beim Minyas. Schlaft dann später gut. Startet gut in die neue Woche. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Montag, der, also für Leute, die hier neu sind, die den Kanal noch nicht so lange kennen. Montag ist der Tag, an dem ich mir nach der Arbeit mal Stream frei gönne. Das heißt, Dienstag bin ich wieder da so ab 17.30 Uhr 18 Uhr für einen kleinen 3-Stunden-Stream. Nisch. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß bei Minyas. Bye-bye.